moin moin und hallo herzlich willkommen zu land of the vikings ein aufbaustrategie spiel was natürlich in der wikingerzeit spielt wir können uns eine eigene siedlung bauen ich habe schon mal was vorbereitet deswegen könnte ich jetzt resum machen das mache ich aber nicht wir machen natürlich ein neues spiel und wir gehen einfach mal das tutorial mache ich das jetzt aus ich mache es mal aus ich hoffe ich krieg es noch gebacken ehrlich gesagt so wir können unser banner erst mal hier festlegen das ist finde ich immer sehr wichtig denn wir sind wikinger und wikinger definieren sich selber ihre banner schließlich müssen wir dann damit leben wenn wir leute das natürlich sind bierhumpen kann man gut nehmen klassischer und alberner helm was jeder weiß dass die wikinger gar nicht so einen helm hatten wir können was gibt es denn noch cool ist ein wirscht raum wir nehmen jetzt einfach mal diese raben hier und können das auch noch ein bisschen verkleinern das finde ich ganz geil raben sind schwarz und rot blutrot das finde ich das wirkt ganz gut also schwarze raben auf rotem grund das gefällt mir so machen wir das und starten das spiel ich hab's ein bisschen vorbereitet ich hab das tutorial ein bisschen gespielt ist schon eine weile her weil ich das spiel ja immer wieder verschoben hatte ich wollte eigentlich schon viel früher anfangen dementsprechend hoffe ich ich krieg's alles noch gebacken so wir machen mal direkt pause so was sehen wir wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet in dieser siedlung wir haben natürlich zum einen hier dieses haupthaus oder das langhaus wie es bei den deckingern hieß da sehen wir 21 leute wohnen hier in drei familien aufgeteilt und work priority können wir hier einstellen cutting tree stone mining da komme ich gleich noch mal zu dann haben wir hier erstmal die verschiedenen ressourcen gruppen das ist wood also quasi unbehandeltes holz direkt vom baum geschlagen dann haben wir timber das ist dann wenn es in der schreinerei schon war stone kann man einfach mit der hacke rausholen dressed stone dafür brauchen wir so einen steinemacher keine ahnung wie die heißen und das ist unser gold vorrat silver hier wie eben schon im langhaus gesehen 21 leute äh wohnen hier derzeit in drei familien das ist unsere durchschnittliche unser glück ist also 80 zufriedenheit ist das richtige wort was ich gesagt 80 ist die zufriedenheit fame das zeigt ja die die größe und die stärke unseres dorfes und die kann man verbessern indem man objectives erfüllt oder der völkerung hinzufügt oder irgendwelche anderen events und das ist die der defense point in the village also da haben wir null weil wir haben noch überhaupt gar keine krieger und nichts so die leute stehen hier erstmal drumrum machen nix aber das wird sich jetzt gleich ändern das erste was natürlich erstmal machen muss es ressourcen abbauen da haben wir zum einen stones dann können wir hier unten auf die steinhacke gehen und markieren wir mal hier eifrig die steine die sollen die mal richtig schön weg holen und das zweite ist natürlich hier trees fällen das gute finde ich wenn man bäume fällt die wachsen automatisch nach es sei denn man baut da irgendwas und ich würde mal vorschlagen wir holen mal die bäume erstmal aus dieser ecke das hat einen grund weil ich möchte dann hier gleich sachen in den wald setzen die bäume brauchen und wenn die weg sind dann ist natürlich blöd so das machen die gleich erstmal das hier ist unser carpenter der produziert diese timber aus den loks sozusagen also aus den ganz normalen baumstämmen da müssen wir jetzt hier erstmal jemanden quasi vereinstellen und hier seht ihr immer advantageous talents also es gibt wie ihr hier seht vier rubriken und jede aufgabe ja erwartet oder belohnt eine gewisse fähigkeit in den bürgern unserer stadt in dem fall ist es einfach nur power agate power da kann ich das hier nach power sortieren und sie okay hier botelt was dort hier das ist also eine frau dort hier ist die tochter sie hat eine stärke von zwei kommen sie ist die stärkste person hier im dorf und deswegen darf sie natürlich auch direkt ran hier sieht man noch ein paar ein bisschen mehr ein paar infos mehr zu ihr und sie wird jetzt gleich quasi anfangen dann diese sachen zu machen wir können hier auch noch jemand zweites an die seite stellen die werden wir sagen okay der ist auch ein bisschen schwächer als als bot hielt aber kommen der hilft ein bisschen mit so und jetzt muss ich natürlich jetzt ist es einfach komplett meine verantwortung nicht zu vergessen was ich jetzt alles bauen muss also wir sehen hier mensch die tiere die die leute die haben jetzt erstmal nichts zu tun jetzt gehen sie los und holen sich hoffentlich dann hier die bäume und die steine und schleppen das an so während die das machen gucken wir uns mal hier schon mal das baumenü an da ist am anfang noch nicht alles freigeschaltet das wird aber im laufe der zeit natürlich alles noch passieren so wir brauchen als erstes ein marketplace da werden wird nahrung gespeichert und wir können wir waren noch mal das original vergessen wie man das war das wollte ich nicht sofort ist schon ich wollte das natürlich noch ein bisschen drehen wo bist du marketplace nene da marketplace das wollte ich ach so jetzt hier muss erstmal wieder mit der rechten maustaste da rausgehen so marketplace jetzt muss ich aber kurz überlegen ich weiß nicht mehr genau wie man das wie man das dreht du bist du marketplace war das normal ist es doch er irgendeine taste muss man gedrückt halten daher da steht es ja rotate building z z war es genau steht davon sogar so erst mal gucken warum ist das jetzt hier ach so weil da wahrscheinlich noch jetzt muss ich eine sekunde warten bis der staub sich gelichtet hat wo ich da nicht mal angefangen habe zu bauen das natürlich total quatsch so jetzt können wir das noch mal machen wo bist du marketplace genau z und der grund weshalb ich da jetzt auch so ein bisschen darauf achte dass die richtig stehen ist ihr seht da schon ein und ausgänge und das ist tatsächlich von bedeutung weil wir hier auch straßen bauen ich lege mal hier so zack da kommt unser haus hin und dann können wir direkt hier eine straße bauen machen wir erstmal hier einen geraden weg das finde ich sehr cool ich mag das ich mag das bei diesen spielen wenn man da so ein bisschen auch architektonisch tätig werden kann machen wir eine gerade straße und dann ziehen wir die direkt hier wieder mit runter so und dann haben wir hier wenn wir hier gleich anfangen die möglichkeit den weg hier noch direkt in das gebäude rein zu machen und auf der anderen seite dann genauso wir können jetzt eigentlich auch sagen pass auf das ist jetzt unser eines der zentralsten gebäude was wir sozusagen haben dementsprechend kommt da jetzt mal so ein rundum weg kind und ich finde das ist echt gut gelungen mit diesem straßenbausystem so und dann die sind schon drin das ist gut hier muss ich noch das darf man nicht vergessen das ist noch auf closed gestellt ich muss erst mal eröffnen so und jetzt ist auch das rote ding da weg und jetzt fangen die auch an zu arbeiten so das wird gebaut hier müssen wir auch noch mal rauf und erst mal bilder quasi hier uns holen und wir sagen einfach mal pass auf wir haben jetzt hier 22 leute wir machen erstmal hier so vier leute können sich mal dieser baustelle widmen und der rest die sollen jetzt natürlich anfangen hier so ein bisschen was zu schlagen kann man eigentlich auch dass die selekten weil sie gerade gar nicht mehr cancel also schuss die select daher guck mal damit kann ich die select ja also man kann auch sagen die bäume bitte nicht die sollen erstmal das ist zwar der weitere weg aber das ist mir jetzt egal weil diesen wald würde ich eigentlich gerne nutzen um ihr seht ihr schon viel zu jagen und früchte zu sammeln und das können wir hier bei food auch sehen da gibt es die gerber hand er hat genau die hunting hat und ihr seht hier die produktivität und die ist natürlich im wald dementsprechend höher diese produktivität das ist eigentlich das erste weil das ist ja quasi auch umsonst deswegen packen wir mal hier die kommen dass ich bei 90 das wollen wir aber nicht 100 100 ist doch gut dann machen wir sie hierhin und das zweite was wir machen ist natürlich auch wieder ein bisschen fuß dass es die gatherer hat und auch hier sehen wir okay da sind irgendwelche komischen früchte um was die sich da so rausholt wenn wir theoretisch wenn wir lustig sind auch mal gucken gerade da ist diese andere kann man sogar so ein bisschen so wenn man das noch in der nähe macht dann sind die denn da sind die nachbarn die freunde sein alles ein bisschen auf einer linie können wir gleich auch noch quasi hier sind weg hochziehen und dann haben wir da schon mal so ein bisschen nahrungsproduktion angekoppelt jetzt können wir direkt mal hier auf die vierte höchste geschwindigkeit stellen ihr seht bei meisten spielen gibt es ja nur drei hier gibt es jetzt in der tat mal vier nacht und tag gibt es auch da schlafen die dann leider auch zu meinem leidwesen und jetzt fangen geht das erstmal los wir haben hier sogar schon vier timber das heißt die haben ein bisschen was zu tun bekommen die werden gleich das holz holen und wir müssen uns dann natürlich früher oder später auch darum kümmern ein paar neue häuser zu bauen denn es gibt drei familien und die sind hier richtig in diese purhauses rein gepresst und es wird wenn wir nicht alles falsch machen auch zuwachs geben neue leute werden sich unserem dorf anschließen wollen und dementsprechend müssen wir eigentlich demnächst schon anfangen diesen neuen leuten auch ein bisschen was zu bieten indem wir nämlich häuser errichten wo sie leben können das heißt wir könnten jetzt auch schon mal anfangen hier das kostet uns ja nichts wir machen mal hier direkt gehen wir mal wieder runter und ziehen das mal so und so kostet leider ein bisschen gold also er betrifft silber so diese wege müssen wir ein bisschen aufpassen dass wir da nicht zu euphorisch sind mit dem geld ausgeben wir können auch hier diese steine da noch mal wegnehmen und jetzt schlafen alle und morgen geht es erst weiter 23 leute also einer ist dazu gekommen ich weiß nicht ob die ein kind bekommen haben muss ja weil wir haben drei familien so jetzt können wir schon mal gucken was es hier noch so gibt das muss alles freigeschaltet werden und dazu gibt es einen sogenannten tree of life der ist hier unten links und da gibt es so einen pfad den man sich entlang hangeln muss wir haben jetzt acht von diesen tree of life points das heißt wir können uns jetzt transition to settled life erlauben und schalten damit einige gebäude frei die ihr jetzt so halb seht weil ich das ein bisschen davor bin ganz also vieles greenery barley greenery windmill und natürlich die brewery da wird selbstverständlich nur mit gebraut ist in der wikinger das haben jetzt auch seit wir haben noch fünf von tree of life points das kann man hier auch quasi mit einzelnen kleinen punkten will ich es auch 1% happier will ich es work 1% faster das kann man jetzt irgendwie auch machen oder man geht den hauptweg lang und man sieht hier zum beispiel kann man die ernte verbessern oder wir gehen direkt aufs nächste und schalten hier einen stone pit und stone cutter frei und das ergebnis gibt natürlich da wieder weitere möglichkeiten voranzukommen das nächste wäre shipyard das ist auch dann für fischfang und so weiter wichtig aber jetzt haben erst mal drei sachen freigestellt und damit auch eben jede menge neue gebäude die anderen punkte sparen wir uns jetzt mal und gucken mal wie sich das jetzt hier auswirkt also wir können das beste aus was wir derzeit bauen können ist das purhaus aber da gibt es auch unterschiede und das hier zum beispiel hat dies quite robust und bei protected und wenn ich hier weiter nach links gehen dann seht ihr okay das hier zum beispiel it consumes more fuel in winter due to cheap construction das bedeutet ich entscheide mich eigentlich eher für die besseren häuser direkt weil das ist zwar teurer zu beginn aber die winter kommen und gehen und je länger die häuser stehen desto mehr ressourcen werden sie dann als brennholz und so weiter fressen deswegen baue ich lieber direkt die etwas besseren die guten häuser kann ich noch nicht bauen weil wir sie eben in diesem tree of life noch gar nicht freigeschaltet haben so dann haben wir hier noch die hörbe ist hab da können sich die menschen heilen lassen so eine art krankenhaus die ganzen totems die haben wir nicht aber das sind irgendwelche ihr seht dass irgendwelche bachs all villages in a given area will be healthier and birth rates will increase also da können wir irgendwelche totems aufstellen wir können theoretisch auch jetzt ein bisschen was frei lassen und dann später hier irgendwie keine ahnung vielleicht die dinge an die mitte setzen damit die möglichst guten radius auf die wohnhäuser haben keine ahnung so weit war ich noch nicht so das sind die storages marketplace fungiert ja eben auch als storage für food dann haben wir das warehouse da werden eben alle anderen sachen gelagert das ist auch nicht so unwichtig dass hier der wood und stone noch mal speziell genau food haben wir gerade schon gesehen da müssen wir irgendwann noch bauen field können wir bauen aber jetzt die komplette produktionskette auch für ja brot im grunde genommen haben also wir können felder bauen eine windmühle bauen und hier sieht man die windmüll genau dann können wir diesen stone cutter machen der ist wichtig eben aus steinen hier oben diese dressed stones zu machen carpenter haben wir schon woodshed ist im winter sehr wichtig weil der macht dann eben feuerholz können die sich nicht alleine brauchen die so ein ding können die nicht alleine machen das feuerholz brewery ist auch neu die haben wir gerade freigeschaltet da brauchen wir dann barley also es gibt im grunde genommen zwei unterschiedliche pflanzenarten die man anbauen kann eben das eine ist halt für die brewery und das andere ist eben für die windmill also wird mehl gemacht und dann wird daraus brot gemacht und das ist ein stone pit da kann man einfach so steine dann wenn ich jetzt mal ich glaube hier links oder so ist irgendwo habe ich den stone pit ja da sieht man das schon hier könnte ich den stone pit bauen und da würde man dann natürlich noch mehr steine raus bekommen können so also das zu den gebäuden die wir gerade haben military haben wir noch gar nichts decoration decoration kann man auch überbauen das ist freuen die leute sich einfach wenn man da so ein kleinerer datsch in die vorgärten setzt genau fishing hut haben wir zwar aber wir können noch keine boote bauen deswegen glaube ich dass die noch nicht so effizient ist weil eigentlich ist natürlich auch eine fishing hut eigentlich immer sehr sehr gut weil sie kostenlos und dauerhaft fisch produziert das ist hier für für ziegen und für kettel für rinder können wir auch dementsprechend bisschen nahrungsmittel produktion hochfahren aber wir haben als erstes mal andere aufträge und zwar das ist mal gucken ob die hier schon fertig sind fehlt es dort 32 timber meine güte ok da fehlt uns da gut es ist ja auch noch mitten in der nacht die leute müssen erstmal wieder wach werden und hoffentlich hauen sie uns denn hier die schönen bäume noch mal ab so hier auch so das kann alles weg hier klauen wir auch keinem jäger seine jagdgründe wenn wir da die bäume alle weghauen zumal da geht es schon los können wir mal gucken wenn das vielleicht noch ein bisschen langsamer stellen verfolgen wir mal einen so einen das hier ist sibby maltison und auch hier kann man natürlich die namen das ist ja hier tradition ich weiß nicht hier zum beispiel megahorst ich habe das jetzt nicht gefragt aber ich sehe gerade megahorst hat ein prime gemacht und ich finde wenn jemand prime macht dann kriegt er natürlich megahorst kann man das irgendwie wikinger mäßiger horstson megahorstson mega ach geht nicht zu lang denn nur megahorst so ich habe gesagt megahorst ach so das ist nur sein spitzname egal er behält seinen normalen namen aber ok sie die megahorst herzlichen dank und du bist jetzt holzfäller und wir beobachten dich immer ein bisschen schneller bis du irgendwo ankommst so hier da werden jetzt doch nicht geht auch ein baum ran die schmeißt sich auch an baum ran die hirsche die fragen sich wo sind unsere bäume was machen denn jetzt ja selber schuld so wird beobachten mal megahorst er nimmt sich aber ein weit sehr weit entfernten baum den jetzt aber megahorst ja das ist der baum von megahorst und er schlägt die rest des baum fichte eiche tanne keine ahnung die frage ist auch immer glaube ich was hat er so für fähigkeiten megahorst hat die stärke von 0,7 und ich denke dass das bäume fällen in erster linie mal stärke wichtig ist stellt sich aus megahorst ist nicht so stark oh freymage ist voll in den bait gelaufen ja aber dann wollen wir dich auch nicht guck mal dann wollen wir mal lassen als frauen ist ihr das egal ob man oder frau als frau in den bäumen arbeiten ja nur frauen ok was auf dann als nächstes haben wir so hier freymage 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 confirm freymage ist auch an den bäumen dran und hat stärke von 1 oder was mal 1 sehe ich das richtig sehr sehr stark aber nicht so schlau also nicht so stimmt dann hier müssen wir noch weißt du bei wikingern ist das auch jetzt mann frau das ist alles nicht so wichtig warte wo war denn hier war doch gerade komm hier her pass auf die ihm hier die gerade hier so ein ebbe sigbjörns dort hier das ist jetzt ähm daniels go vielen dank für eurem support ihr seid jetzt äh eifrige wikinger bämm hier wird das holz abtransportiert guck mal die schleppen aber wie stark die auch sein müssen um so dicke baumstämme einfach alleine zu schultern und dann hier auch noch durchs offene gelände schleppen die das und bringen das vermutlich direkt ähm hopp da hinten hin so mal kurz wieder pause weil der marktplatz ist fertig und ihr seht wieder no one is working das ist natürlich blöd wir schauen mal advantageous talents speed ist hier wichtig also sortieren wir das hier mal nach speed und sehen freien sibison der hat einen speed von 2 unfassbar schnell der geht mal in den markt rein und wird sich so ein bisschen um die lebensmittel kümmern ich weiß gar nicht ob wir jetzt direkt zu beginn mehr als einen dort brauchen aber okay das kann man spät oder geht das jetzt schon so der arbeitet jetzt da und hier wird nicht nur das leben also die lebensmittel werden hier nicht nur gelagert sondern sie werden hier auch verkauft und so verdienen wir unser silber weil die einwohner gehen zum marktplatz und ähm kaufen da ein und bevor sie das tun wollen sie nicht dass ihr wollen wir wollen nicht dass sie sich die äh lederstiefel dreckig machen deswegen bauen wir den weg noch kurz aus zum gebäude hin wir haben kostet ein bisschen silber und wenn wir sagen ey geld ist mir egal dann können wir theoretisch auch sagen ach der ist noch gar nicht fertig ne dann lassen wir den mal die ist auch noch nicht fertig okay so und hier können wir das auch machen ähm einfach nur weil es auch schicker aussieht dann nehme ich auch das ist natürlich jetzt nicht unbedingt nötig aber es sieht besser aus und die mögen das wenn sie hier nicht da komm mal die wollen da auch einfach sich nicht die wenn es dann regnet und so dann wird es richtig schäbig dann haben die dreckige schuhe kommen sie nach hause fürchterlich wollen wir nicht so wir können hier natürlich auch nochmal äh von jedem einzelnen haus später wenn wir die kohle locker sitzen haben das verbinden sieht einfach schöner aus so machen wir mal ein bisschen schneller wie sieht das aus mit den bäumen die wachsen relativ schnell nach guck mal ich glaube die hatten wir hatten wir nicht auch schon mal die abgeschlagen genau hier guck mal hier das geht recht fix das finde ich ganz gut simon micha vielen dank simon micha du bekommst natürlich auch direkt ähm jemanden zugeordnet guck mal hier laufen jetzt auch ein paar ist das ein herr hier ich habe nur frauen hier drin kann das sein die ganze sitzung besteht nur aus frauen ich meine das ist nicht schlimm was ist denn mit ihm hier willst du da arbeiten oder willst du da wir kommen ich weiß jetzt nicht wie wir machen das jetzt so lagge verhaku hkons dort hier ist jetzt simon micha ist jetzt der spitzname so die gehört jetzt ähm jetzt gibt's doch nicht so simon micha micha habe ich genau was auf klein bist du geschrieben ey das geht so nicht der geht setzt den ausschlag okay also das ist noch nicht so perfekt gemacht man muss auch auf uns man da nicht abrutschen mit der maus so simon micha ist klar gut das bis jetzt du herzlich willkommen im land der wikinger so die können wir direkt wieder abholzen wenn sie halbwegs groß genug erscheinen natürlich diese kleinen wollen wir wachsen lassen wir haben jetzt 18 loks wir brauchen aber noch mehr von diesen anderen dingern da und deswegen wollen wir nicht zu viel abholzen der kann auch noch mal weg hier wird auch geholzt das ist hervorragend hier das können wir auch abholzen können ruhig ein paar meter gehen hauptsache wir haben genug zu tun hier ist noch eine infotafel das gucken wir uns später an da geht es um die minen die wir errichten können hier ist übrigens wasser hier können wir dann später eine werft bauen und auch fischerhütten und so alle schlafen hier denke ich können wir die bäume auch ruhig abschlagen weil wir unser dorf in diese richtung erweitern werden dann können wir die wohnhäuser so ein bisschen drumherum da können wir so ein paar sachen im zentrum belassen die wichtig sind wir können hier schon mal eine straße noch mal so reinlegen und können wir dann auch noch mal anfangen hier ein warehouse zu bauen das können wir schon mal planen wo ist also okay da ist der eingang geht das so ah ja guck mal das klappt ja ganz gut dann bauen wir das so direkt davor äh 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 hab ich es gerade ne so okay da bauen wir das lagerhaus hin und versuchen uns irgendwie die mitte so ein bisschen für wohnhäuser und für sachen offen zu halten die dort auch benötigt werden wir könnten zum beispiel hier vielleicht schon mal so ein brunnen errichten die frage ist wie warte mal und so würde gehen ich will den komm wir bauen hier den brunnen so ist doch relativ zentral ist doch gut haben wir am markplatz auch den brunnen so wir haben keine timbers wir arbeiten sehr langsam das gefällt mir nicht wie sieht es hier mit der jagdhütte aus was fehlt noch uns fehlen noch wow 24 timbers und hier fehlen hey hi hey achso man muss es immer mit das ist ein bisschen umständlich man muss es immer mit der rechten maustaste ich kann jetzt glaube ich nicht irgendwas anderes anklicken doch geht doch hübsch quatsch erzählen okay jedenfalls fehlt da noch ein bisschen was die müssen weiter eifrig holz hacken und das holz eben auch timbarn und da sind die hier ein bisschen langsam ehrlich gesagt ich bin ein bisschen unzufrieden mit ja ein bisschen schneller und genau hier diese bäume können wir auch ruhig abschlagen ist der weg nicht so weit und dann nehmen wir das hier als expansionsfläche die wachsen dann auch nicht nach wenn wir da bauen es gibt hier auch so schöne deko sachen zum beispiel so laternen pillar torches die sind ein bisschen teurer aber glaube ich auch schöner es kostet uns jetzt 20 gold ist natürlich arsch teuer aber weil es hier der marktplatz ist können wir sagen wir packen hier so an jede ecke so eine torch so sieht doch ganz süß aus das finden super und wir haben ein weiteres gebäude das ist das warehouse wir sehen auch hier ist speed von äußerster dringlichkeit deswegen kann ich hier auch wieder eine frau super schnell darf da jetzt mitmachen bäm ich finde erstmal eine reicht erstmal eine person kann das alleine poppen ich glaube so viel haben wir hier noch nicht natürlich ist jetzt der weg ist jetzt ein paar meter muss man machen aber ich hatte jetzt keine lust dieses gebäude mitten im zentrum zu bauen zumal die ganzen holz sachen ja in aller regel von hier kommen ich bin mir nicht ganz sicher ob sie dann die hier einlagern sonst wird hier alles eingelagert nö ich glaube für holz müssen wir ein eigenes lagergebäude bauen das wäre wood storage storage for wood wood storage können wir einfach machen die kommen ja von da hinten dann machen wir hier ein wood storage und wir könnten theoretisch auch ein stone storage hier machen das können wir direkt hier daneben machen so so bam und dann nehmen wir den weg und legen den in Richtung ja legen den weg hier so erstmal ran und dann sind wir hier da musste ich mal gebaut werden ach doch muss doch gebaut werden boah ist das teuer 30 holz das ist krass das ist krass so ähm die sind auch fertig hier diese hütten sehr schön also jetzt gibt es auch ein bisschen nahrungsmittel das ist unser unser hunting hat da brauchen wir power und luck so jetzt werden wir erstmal nach luck sortieren 2,1 und power ist der andere faktor der ist zum beispiel nicht schlecht der hat power und luck äh aslaug parkons dort hier ist auch ja eine frau vielleicht reicht erstmal eine person wir können da später auch noch eine zweite reinsetzen und das zweite ist hier gathers fruit and herbs in all seasons except winter they do not work in winter eventuell müssen wir die im winter da auch rausholen hier brauchen wir auch speed und luck dann gehen wir mal wieder auf luck und schauen mal wer hat einen guten speed wert das hier zum beispiel naja die hat naja ich glaube wir nehmen sie jetzt wir nehmen sie jetzt gerade die knutzt dort hier also die kann jetzt in der gatherers hut sich erstmal nützlich machen und wir sehen guck mal es geht dann doch recht schnell dadurch dass die bäume auch so super gut nachwachsen können wir das hier jedes mal müssen wir immer wieder manuell aber auch einen auftrag geben so danke für die information das kannst du weg genau alles klar dann würde ich vorschlagen bauen wir als nächstes mal schon ein purhaus und das setzen wir dann mal hier hin dann machen wir das so dass wir quasi hier diesen weg können wir dann einfach gerade durchlaufen lassen so und machen dann hier ein gebäude jetzt können wir jetzt verschiedene Strecke jetzt können wir einfach quasi einen so hoch ziehen und dann hier eine ganze Reihe machen wir können das auch wir können auch sagen wir machen hier den weg und setzen hier die Reihe hin und bauen dann hier so ein bisschen einmal so drumherum gibt es glaube ich einfach verschiedene Möglichkeiten wir wollen es halt möglichst zentral halten deswegen eigentlich eigentlich so gerne diesen Bereich so aufgrund der Area of Effect Boni die dann glaube ich später noch kommen werden durch diese ganzen Statuen und so bin ich immer Fan davon das den Wohnbereich dann auch kompakt beieinander zu belassen zwei Active Worker das dauert eine Weile aber das ist sehr wichtig weil wenn dann neue Leute kommen brauchen die sofort ein Haus weil die ziehen nicht bei anderen Familien mit ein und deswegen müssen wir da auf jeden Fall pünktlich abliefern so haben wir gemacht wohnen da jetzt schon Leute doch guck mal eine kleine Familie ist ja natürlich auch gut wenn jetzt Kinder erwachsen werden und wollen eine eigene Familie gründen dann ist das natürlich nicht so unwichtig dass sie dann auch die Möglichkeit dazu bekommen deswegen ist das also relativ sinnig da einfach regelmäßig sowas zu bauen so jetzt können wir sagen okay wir könnten theoretisch sagen wir lassen hier einen Weg dazwischen oder wir sagen es reicht uns und wir machen das hier direkt und ziehen das einmal so runter sozusagen so wäre das dann da oben ist ein Durchgang machen wir hier eins Bam und so das ist auf jeden Fall ne wir warten einfach kurz ok so baust du direkt das nächste nochmal wieder schnell ok so hier haben wir unsere Speicher wie sieht es da aus guck mal der wird sogar eifrig genutzt 30 von 30 wow ok hier von diesen wertigeren Sachen ist natürlich noch nichts da weil wir nichts davon gebaut haben so was können wir nochmal schnell machen Storages ja wir können uns irgendwann auch darum kümmern dass wir Brot backen und so ein Kram oder auch so Kettle Ranges und so weiter die Frage ist wo machen wir das hier ist der Wohnbereich wir könnten das ja auch hier oben so ein bisschen auslagern wir wollten hier nicht zu viel wegnehmen von den von der von der Hunting hut und der Gatherers hat die brauchen halt so ein bisschen auch naturbelassene Sachen mal schauen wir mal wir können erstmal wieder sagen hier guck mal die Bäume könnt ihr alle wieder abhauen das ist das ist sehr schön ich weiß nicht ob das in dem Tempo so weiter geht wenn die irgendwann neue Version rausbringen oder ob sie das dann irgendwann nochmal auf einen längeren Intervall setzen was die Nachwuchszeit der Bäume angeht weil es ist echt ganz praktisch direkt wieder abholzen hier alles weg das aber auch so so hohe Geschwindigkeit so da ist schon mal jemand unglücklich nee der hier hat massiven Hunger was uns zeigt okay wir müssen da dringend mal in die Nahrungsproduktion rein heißt also wir werden als allererstes das machen was wir beeinflussen können nämlich einen zweiten Jägersmann oder eine Jägersfrau einstellen dazu nehmen wir hier Glück und Stärke das ist ja perfekt die ist gut freien der ist gut freien ist super und in diese Höhle in diese Hütte da wird ja auch wenn ja auch irgendwelche Früchte und so gesammelt nehmen wir auch mit Lack und dann Geschwindigkeit gucken wir mal jo 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 hier ach nee Simon und Micha du hast doch irgendwas ah nee Simon und Micha hat jetzt einen festen Job herzlich willkommen du kannst mit Skadi Knuts dort hier ihr seht euch verdammt ähnlich irgendwie da ein bisschen für mehr Nahrung sorgen das sollte hoffentlich jetzt mal losgehen wir können auch ich glaube diese Fischergeschichte bringt nichts solange wir keine Werft haben wir könnten jetzt aber überlegen ob wir hier schon irgendwo anfangen mit einer weiteren Nahrungsmittelproduktion nämlich Feldern dann müssen wir uns einen schönen Ort versuchen also weil hier ist schon der Strand hier ist nicht so schrecklich viel Platz für so ein kleinerer Dutch ich würde dann hier eher so auf die Wohnhäuser gehen und dann vielleicht gucken dass wir hier vielleicht die Felder irgendwie unterbringen können und dazu bräuchten wir auf jeden Fall erstmal so ein Field Lass mich mal überlegen wie wir das am besten machen Field und dann brauche ich auf jeden Fall eine Windmill ja die kostet mich 80 oh alter Schwede und dann brauchen wir neben also neben dem Feld und der Windmill brauchen wir auf jeden Fall auch bist du ist es bei Food ist es bei Food oder ist es bei Storages hier Weed Granary das brauchen wir auch das wäre der Ablauf und dann würde ich doch sagen wir nehmen die Windmühle dann als nächstes hier ran können wir hier erstmal die Steine können wir hier wegnehmen dann legen wir uns hier vielleicht so einen kleinen Weg hoch das kostet natürlich alles unglaublich viel Geld aber ich mag einfach wenn das seine Ordnung hat das ist vielleicht auch eine dumme Idee das ist vielleicht eine dumme Nils Idee aber ich mag das einfach wenn das alles schön ist also wir legen den Weg hier hoch damit das auch irgendwie es fühlt sich dann so an als wenn das auch noch irgendwie Teil des Dorfes ist so dann machen wir es nur so gehen wir mal hier so hoch und gucken wir dass wir vielleicht geht das auch hier das ist ja Gatherer wenn wir jetzt hier so ein Feld machen dann bauen wir hier eine Windmühle Conduction Windmill warum kann ich die da nicht bauen ist das hier weil es zu was ist das Problem hier hier geht da geht nicht too steep oder was so geht ok da wird da wird finden wir irgendwo einen schönen Platz oder geht auch hier ne kann auch so kann man auch so umdrehen ja geht auch aber der Eingang ist ja hier könnte man auch hier machen so dann machen wir hier die Windmill so Windmill dann müssen wir jetzt noch ein Feld bauen und da weiß ich noch gar nicht genau wie das mit der Größe funktionieren soll kann es ein Feld auch da guck mal was ist wenn wir das jetzt mal so machen keine Ahnung wie lange das was ist da los was ist da los so guck mal so sieht das aus wenn man ein Feld baut was ey das hat doch gerade funktioniert na was meinst du mit Engel ist wrong die müssen doch eigentlich gehen what so ok 50 Silber hat dieses Feld gekostet das ist extrem teuer so und jetzt müssen wir sagen was soll hier suitable for planting so was soll hier angebaut werden da gibt es natürlich immer so verschiedene Werte ich hoffe mal das passt jetzt von der Umgebung jetzt müssen wir uns erstmal aussuchen was hier angebaut werden soll die Wikinger hat noch nicht so schrecklich viel die haben Barley also da wird glaube ich dann das ist Hopfen wahrscheinlich da wird dann nehme ich an das Bier draus gebraut und Weed ist natürlich für das Essen wir wollen ja erstmal Essen machen dann müssen wir noch jemanden heransetzen der hier arbeitet und dann müssen wir sagen hier plant den Kram bitte jetzt und dann wird er hoffentlich das können wir noch nicht machen das müssen wir die Automatisierung erst kaufen im Tree of Life und ich hoffe mal dass das jetzt gebaut wird das ist ja nicht perfekt aber ok und dann müssen wir hier noch eine Weed Granary bauen da wird das ganze gespeichert ich krieg das hier wahrscheinlich nicht nicht in die Steine wechseln wäre natürlich cool ne das könnte man sogar so ja warum nicht dann machen wir die Weed Granary hin ist egal so dann haben wir hier so eine kleine äh weitere Nahrungsmittelproduktion hier schön am Hang ich hoffe mal wir können ja noch ein zweites Feld sonst bauen ob der Ertrag dieses Feldes ausreicht das ist halt nicht so wie bei anderen Spielen wo du genau weißt ok ein Feld bewirtschaftet zwei Mühlen zwei Mühlen bewirtschaften einen Bäcker oder so ne da muss ich mir noch ein Gefühl erarbeiten wie das ganze aussehen wird am Ende so in 8 Stunden Newcomers will arrive in your village das bedeutet ich habe jetzt noch ein bisschen Vorbereitungszeit um neue Häuser zu errichten in denen die dann schlafen können weil die werden natürlich jetzt hier direkt wieder in Anspruch genommen logischerweise von den alteingesessenen Leuten wir können jetzt direkt schon mal ein neues bauen brauchen wir sowieso alles müssen vorbereitet sein wahrscheinlich wird da direkt wieder sich dann so ein anderes so eine andere Familie schnappen die Immobilie das ist halt ich versuche das mal recht eng zu bauen Batsphäre ist jetzt nicht so wichtig ist eher so ein Reihenhaus ok da brauchen wir natürlich auch verdammt viele Ressourcen für so was ist hier los wer heult hier rum warum hast du schlecht auch wegen Essen oder was ok sleep und eat ist jetzt nicht so unwichtig wahrscheinlich ja naja das dauert natürlich eine kleine Weile bis das jetzt fertig ist wir könnten vielleicht noch eine zweite Jagdhütte bauen oder gatherers hut edible fruits wir können ja mal schauen das kostet jetzt ja nix ne wenn wir hier vielleicht einfach noch so eine zweite aber productivity ist sogar 100% wenn wir die hier irgendwo 87% das wird eher weniger als mehr werden aber wir können hier guck mal hier ist 100% wollen wir hier einfach noch eine hin beziehungsweise wir können sogar da lassen wir dann den Weg hinter dem Ding lang laufen und dann gehen wir hier auf die 100% so und da können wir dann noch ein bisschen mehr Früchte sammeln offenbar mal dass die nicht verhungern in der Zwischenzeit ist alle ein bisschen beleidigt das wird schon gebaut das ist schon mal so ein bisschen eingeerdet hier ja das ist oh guck mal hier Newcomers will arrive in your village und jetzt sind wir bei einem Punkt angekommen der ist fast so ein bisschen Crusader Kings mäßig weil hier jetzt so random Events passieren unter anderem eben auch die Ankunft neuer Siedler Newcomers were seen coming towards the village where they came from they were attacked by looters several families including children were able to escape since they could not bring any of their belongings with them they had to leave everything behind at the end of the day long journey they reached our village they need a place to stay and food they want to join your village und natürlich sage ich can join weil ich ein Interesse daran habe dass meine Siedlung wächst und gedeiht auch wenn sie vielleicht durch Kinder irgendwie auch größer werden kann aber das geht natürlich deutlich schneller bringt aber eventuell auch Probleme mit sich und das sieht man hier durch might lead to new events da seht ihr meinen Kopf grad so ein bisschen drüber und den Stuhl da steht aber ich lese es ja vor might lead to new events und wenn ich es nicht mache Famous Lost und das wollen wir natürlich nicht deswegen sie cannon joinen das sind ja auch Arbeitskräfte die dann in den anderen Industrien, Fabriken, whatever quasi dann arbeiten können die haben wir mittlerweile schon so viel zu tun so alle sind hier guck mal das sind hier die neuen Leute die sind natürlich jetzt erstmal beleidigt weil sie nirgendwo leben können aber ist ja klar jetzt baue ich erstmal diese Häuser und dann können sie die auch meinetwegen einziehen das ist ja gar kein Problem wir bereiten das schon mal vor direkt daneben hier dass wir eine weitere ein weiteres Haus hier errichten ja ne ne warte mal so ah ja so ist besser ok zack da ist das nächste Haus schöne vierer Reihe vielleicht mach ich hier gleich nochmal einmal so ein so ein Weg rum könnte man sagen ok immer vier sind sind ein Reihenhaus und dann geht die Straße wieder rum damit die Wege nicht zu lang werden wir haben Stein für den Moment ok genug aber hier Timber muss auf jeden Fall eifrig produziert werden die können jetzt glaube ich mal so eine Nacht auch auf der Straße schlafen das ist einfach dafür sind wir mit dem Leben davon gekommen das ist auch nicht so schlecht hier ist natürlich noch keine kein Weizen eingelagert logischerweise weil es hier noch kein Weizen gibt ich frag mich gerade oh guck mal hier das ist natürlich total blöd irgendwie ist uns hier der Farmer abhanden gekommen weiß ich vielleicht ist der verstorben oder irgendwas jedenfalls ist da nichts passiert wenn da mal jemand kommt jetzt ja hier ist der Farmer Sigi guck mal Megahorst ist der Farmer wo bleibt da denn der gute Mann wir wissen es nicht wo bist du Sigi die Geburtstag was bedeutet die Torte ist das eine Torte da oben rechts man weiß es nicht guck mal jetzt geht es los so jetzt geht mal Sigi an die Arbeit und seht hier mal endlich den Weizen wir brauchen dringend Nahrung aber wir haben jetzt hier auch übrigens 20 Nahrung also unsere Sofortmaßnahmen haben richtig gezündet deswegen ist das hier gar nicht mehr so schlimm jetzt dass wir nicht so viel haben der kann das gut 2,5 Glück und 1,1 Geschwindigkeit also ein guter Wert der geht direkt hier in die Hütte rein und gathered noch ein bisschen Kram aber die erste Nahrungsmittelkrise ist abgewendet wie ihr seht das sind hervorragende Neuigkeiten da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen das heißt alles ist im Lot wir könnten fast darüber nachdenken ob man noch so einen zweiten Carpenter baut in der wilden Bauphase ist das vielleicht gar nicht so eine dumme Idee zu sagen ey wir bauen hier irgendwo noch einen Carpenter hin Production was kostet der ist relativ günstig könnten wir wenn wir wollen hier direkt dran setzen und dann bekommen wir schneller Bretter was dann dazu führt dass wir auch schneller bauen können sieht das hier aus oh 20 Steine fehlen aber wir haben noch Steine am Ende haben 240 Steine daran tut das jetzt nicht ne wir müssen erstmal rüber geschleppt werden oh was ist das für ein Herz ist da jemand verliebt? oh ne der ist krank Low Health das Herz bedeutet Low Health es würde nicht dass er verliebt ist ok und Low Health ist natürlich nicht gut aber das sagt uns doch direkt was wir brauchen nämlich ein Herbalift Hub da werden die Leute geheilt und ich glaube die hat kein Radius möglicherweise deswegen ist es egal wo wir die hinsetzen wir könnten sie hier erstmal an den Rand setzen zum Beispiel ja wir könnten den wir können ja mal einmal den Weg hier noch verlängern so und lass mich mal überlegen wir sollen ja eigentlich eher andere Sachen dann kann die kann die Herbalist Frau eher so ja an den Rand ein Krankenhaus kann ja auch eigentlich nicht direkt bauen wir mal hier hin oder? dann können wir den Weg da noch runter führen beziehungsweise die brauchen wir nicht das ist ja der Marktplatz ich will mir nur nicht die Mitte so weg bauen für die Häuser die da noch hinkommen ja egal wir machen mal hier einfach jetzt zack Herbalist Krass als Geld ne wir haben 83 Silber wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt haben wir auch so viele Leute im Dorf dass ich vielleicht auch in den zweiten Menschen hier in den Marketplace stellen würde und zwar Asulf Harkonson Bäm denn wir müssen ja Lebensmittel auch verkaufen sonst verdienen wir kein Silber das dauert hier eine ganze Weile weil das die Windmill ist echt teuer ihr seht ich hoffe mal dass hier irgendwie auch Weizen wächst das wäre natürlich fantastisch Sibi und wir müssen mal wieder ein bisschen Holz packen auch das ist wichtig das ist schneller weg als es ist hier ist wieder ein bisschen was nachgewachsen die Nacht bricht herein ja das hier kann weg Dankeschön unsere Stadt wächst und wir haben jetzt hier noch ein weiteres Purhaus wir müssen ein bisschen aufpassen mit unserem Silber tatsächlich ich überlege jetzt mal ob wir unsere Purhauses kriegen wir die hier auch gut rein dann würde ich schauen ob ich eventuell guck mal da ist jetzt wahrscheinlich ah ne das passt sogar tatsächlich da ist nicht der Brunnen im Weg also könnte ich easy peasy sozusagen okay sagen da geht es runter die hätten dann ein bisschen mehr Platz oder beziehungsweise da könnte ich dann irgendwelche Deko Elemente auch rein stellen die sind leider nicht perfekt so quasi das ist nicht symmetrisch aber ich könnte hier zum Beispiel da einfach ein paar Sachen hin bauen und lasse das lasse so eine Symmetrie hier sozusagen dafür und verschwende ein bisschen Platz aber da können ja vielleicht später auch diese Statuen hin von daher ist das vielleicht gar nicht so schlimm dann bauen wir jetzt einfach hier noch so zwei Häuser ich frage mich ob das das schlaueste ist den Eingang in die Richtung zu machen ist jetzt egal das ist ungefähr ok so und dann würden wir oder wir ziehen den hier so runter und dann da wir müssen ein bisschen Geld sparen das die Details mit dem Weg machen wir später und ich habe mir gedacht hier ich weiß nicht wie groß diese Statuen sind die uns später ja auch noch die Möglichkeit geben irgendwie bei keine Ahnung bei Life hier sind die genau diese Dinger da dass wir oh oh pass auf ok hier ist ein random Event und jetzt sind wir bei dem Punkt was ich gerade erwähnte was die Ähnlichkeit zu Crusader Kings zum Beispiel unterstreicht Missing Dagger Harkons Dagger has disappeared no one else has a similar Dagger the villagers have confirmed this Harkon one villager claims that one of the newly arrived Krak families stole the Dagger also eine der neuen Familien hat angeblich diesen Dolch geklaut because he saw a Dagger in one of their hands the Krak family says the Dagger belongs to them and denies the accusation also die weisen die Anschuldigungen zurück und das sind die beiden Familien die sich jetzt quasi in diesem Konflikt gegenüberstehen und ich muss jetzt entscheiden was ich mache und ihr seht wenn ich jetzt sage the theft should be investigated dann bekomme ich ein bisschen Fame es kostet mich aber 25 Silber wenn ich sage blame the Krak family und kick them out dann sind die einen Villagers glücklich und aber ich verliere die Leute und mein Fame ist weg logischerweise oder ich sag blame and execute Krak und dann sind die Kläger glücklich aber natürlich äh ist die Krak Family sehr sehr happy und do not miss mess ist total bescheid aber ich will natürlich tatsächlich auch fair bleiben und ich investiere mein Silber und sage the theft should be investigated BAM! also das wird natürlich nicht einfach so entschieden ihr seht es da kam grad vier Silber dazu und ich sehe apropos wer bei dazukommen sind äh ich sehe wir haben hier einige neue ähm Freunde die werden direkt hier äh guck mal hier zum Beispiel Sibi da wird direkt wen haben wir als nächstes äh Yaya Zah sehe ich doch guck mal danke für dein ähm für dein Abo Yaya Zah und du bekommst natürlich direkt deinen Platz in unserem Dorf zugewiesen Yaya Zah und den hungrigen Mensch will ich nicht direkt das ist ja sonst stirbt mir der weg das wäre ja auch blöd dann dann haben wir als nächstes äh Litchi das heißt es ist ein L ja ne Litchi du bist auch dabei und den haben wir noch hier als nächstes äh haben wir noch Goethe so herzlich willkommen im Dorf Goethe glug 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 dort hier ok so weiter gehts weiter gehts ähm das ah ne wir kurz wieder Pause machen das komische ist wenn man hier ist ne man kann nicht mit der LR-Taste pausieren so hier äh unsere Carpenters es ist ok gerade also es ist nicht so akut aber ich möchte einem einer äh Bretterkrise zuvorkommen und werde jetzt hier zwei Leute einstellen wir bekommen ja auch immer neue Einwohner Slothy das ist ja ein geiler Name Slothy äh ist auch ein bisschen stark du darfst hier mit Bretter machen und ich muss das ganze natürlich auch öffnen da muss man echt ein bisschen aufpassen meine einige Sachen muss man eröffnen andere nicht dass ich nicht vergesse zum Beispiel hier diese Hütte da ne da muss man es nicht eröffnen aber bei so handwerklichen Sachen und so muss ich sie eröffnen so weiter gehts kann ich mich ein bisschen nach rechts schieben ja äh kann ich sehr gerne machen das ist ich glaube ich bin so oder so irgendwo immer im Bild ich kann mich auch hier so drüber setzen das ist vielleicht sogar noch besser oder weil diese das braucht ihr ja nicht sehen sonst stehen die Einwohner vielleicht ist es so am besten so es ist wieder Nacht und jetzt wenn ich alt gedrückt halte dann sehe ich alle meine Häuser im Überblick und sehe dann auch hier was fehlt hier noch damit das fertig gebaut wird ich kann direkt sehen wie viele Arbeiter sind eingestellt ist da noch Potenzial und das finde ich sehr sehr praktisch also gute Idee die Nacht die Nacht ich sehe hier nur noch 73, 74 Happiness da müssen wir auch ein Auge drauf haben dass die nicht irgendwie unglücklich werden das kann man natürlich beeinflussen oh the traitor everyone was having fun at the inn they were singing and drinking later than night most of the people were drunk as usual also alle waren betrunken in der Gaststätte somewhere dancing there was also Sibi among the dancers Sibi hat auch getanzt he was so drunk that he could hardly stand after a while he stumbled and fell to the ground everyone looked at him and laughed they noticed something falling out of his pocket everyone suddenly fell silent and looked at Sibi what he dropped was Harkon's dagger ok also Sibi fleht jetzt hier oben Vergebung please forgive me I needed money I was going to sell it in the market and pay off my debts I beg you forgive me Harkon I'm very sorry to blame the newcomers I didn't think the traitor was among us so und jetzt müssen wir entscheiden ok was machen wir mit dem Verräter der hat natürlich nicht nur diesen Dolch geklaut sondern er hat auch tatlos dabei zugesehen wie diese neue Familie beschuldigt wurde zu Unrecht das hätte fast zu einem zu einer zu einer Blutfäde geführt und wir können jetzt entscheiden kicken wir den raus klar ist die ganze Familie natürlich erstmal super sauer aber Harkon und Krack finden es gut wir sagen ok Maxibi Pay Compensation wir können ihn foltern wir sind bei den Wikingern Harkon und Krack finden das super geil oder wir können ihm einfach vergeben das machen wir nicht und wenn wir aber die Möglichkeit haben ohne irgendeinen Malus zu sagen hier gib mir 40 Dollar hier Silbergeld dann machen wir das natürlich wir 74 haben wir jetzt landet das bei uns oder landet das bei den anderen es landet bei uns fantastisch so also zum Glück und hat sich das ausgezahlt wir haben diese 20 Silberstücke investiert in die Untersuchung und haben das Doppelte zurückbekommen und niemand ist pisst das finde ich klasse und wir haben einen neuen Freund in unseren Reihen ähm und zwar hier der kleine Junge hat einen neuen Nickname und zwar Speedball vielen Dank Speedball mein Support herzlich willkommen in der Siedlung so ähm noch eine Sache die uns hier auffällt das hier ist das Herbalist Hub das ist unser Arzt oder unsere Ärztin und da brauchen wir natürlich jemanden der sehr gescheit ist advantageous talent ist intelligence deswegen sortieren wir das wieder und wir sehen so viel Potenzial geistiger Natur ist gar nicht vorhanden aber Daniels Co du bist der schlauste und deswegen darfst du hier unsere Ärztin sein herzlich willkommen das ist wichtig denn die kranken wollen gepflegt werden so also das ist immer noch nicht fertig das braucht unfassbar viel Ressourcen jetzt brauchst du noch Steine aber hier ist der Steinlager direkt um die Ecke also eigentlich kann das gar nicht mehr so lange dauern und dann ist endlich auch die Windmühle fertig und dann müssen wir echt schauen was hier mit ist ob wir da genug ich weiß nicht ob das ausreicht dieses Feld ich würde fast versucht sein noch ein zweites zu bauen mal gucken ob das wie das klappt ich versuche mal mein Glück ob ich das hier direkt daneben errichte keine Ahnung also erstmal sage ich was da muss ich auch noch einen Auftrag geben mal gucken jetzt haben wir hier so zwei Felder keine Ahnung was der Bedarf ist und wir haben jetzt hier jemanden den wir in die Mühle stecken können ist aber noch relativ witzlos weil wir noch gar nichts hier haben also eigentlich reicht es wenn wir das machen wenn da hier Weed eingeliefert wird was ich mich jetzt auch frage ist brauche ich noch irgendwas was aus dem Mehl dann Brot oder sowas macht normalerweise braucht man immer noch einen Bäcker aber ich glaube wir haben hier gar keinen Bäcker sodass ich hoffe dass dann die Windmill alleine ja Bread is made from Weed ja ich glaube das reicht fast schon wir brauchen nur die Windmill sollen hier rechts sein dann warten wir noch bis hier was rumgekommen ist und dann fangen wir an hier wird jetzt wieder direkt gebaut das ist gut fangen wir an hier auch einen Müller zu beschäftigen so Nahrung sieht noch gut aus jetzt brauchen wir mal langsam so einen Steinmetz den würde ich auch hier oben irgendwo hinsetzen hier wird ja früher oder später diese große Steinmine sein sodass ich das auch für relativ sinnig erachte da dann auch die Steinproduktion zu verorten so wir machen mal so die ist ja da hinten also je näher dran desto besser wahrscheinlich halt irgendwo auf dem Weg ne muss nicht unbedingt genau da dran liegen aber hier so in der Nähe und dann wollen wir auch uns ein bisschen Potenzial noch lassen für weitere Felder das könnte man hier hinten ja auch sonst machen und dann vielleicht hier so den Steinmetz das ist jetzt ein bisschen geraten also eventuell fällt uns später auf das war nicht die allerbeste Idee aber wir machen jetzt hier mal einen Stonecutter denn da wie gesagt ist irgendwann das Stein vorkommen und dann würde man den Weg legen und der müsste eh auf den Weg ins Dorf hier dann so vorbei sodass er auch nicht unbedingt direkt davor muss wahrscheinlich wie viel Kohle haben wir 76 ne diese Wege sind halt auch echt teuer ich baue das jetzt einfach mal hier hin und hoffe dass das nicht irgendwie eine dumme Idee war so der eine Baum oder was ist das was mich da stört so ok das machen wir dann können wir hier auch die Bäume müssen fällen das ist auch schon wieder groß geworden ok weiter geht's dann haben wir den Steinmetz und was brauchen wir noch die Mine kommen wir später zu die Brewery wollen wir auch noch bauen da brauchen wir dann auch Felder aber da müssen wir auch nicht zwangsläufig hier bauen weil das ist eigentlich egal ist eine ganz andere Industrie bekommt auch die eigenen Felder es sei denn man muss hier sowas wie drei Felder Wirtschaft machen und irgendwie sagen ok pass auf man muss hier immer das wechseln zwischen Weizen und was ist das Hopfen Gerste irgendwie so man weiß es nicht so los geht mal alle schlafen damit ihr morgen wieder weiter arbeiten könnt 31 Leute wohnen hier mittlerweile übrigens und ich glaube ach so das ist auch noch nicht fertig da fehlt es an Stein obwohl wir eigentlich nicht viel Steine haben können wir ja mal wieder ein bisschen was hier guck mal da die Steine können wir alle abbauen die sind ja in nächster Nähe hier auch hier auch und dann bauen wir hier irgendwann diesen Steinmetz äh diese diese Steinbruch wie sieht das hier aus mit den Dinger wächst hier schon irgendwas guck mal hier ahja da wächst ein bisschen was sieht doch süß aus ist das der Fortschritt natürlich noch nicht harvesten noch mal schauen Habungsmittelknappheit herrscht zum Glück noch nicht wir haben übrigens erst einen weiteren Punkt im Tree of Life dazugewonnen und können uns das hier noch nicht leisten also die Shipyard können wir uns noch nicht leisten aber das kommt dann später auch nochmal Momentan ist das nicht so richtig so ich könnte jetzt mit meinem wenigen Geld ich muss überlegen ob ich hier fast noch einen dritten Menschen einstellen soll fehlt mir noch ein bisschen das Gefühl aber bei 31 Leuten finde ich 3 ist auch übertrieben so genau was ich sagen wollte ich könnte hier noch einen weiteren Weg ziehen oder ich baue die Rücken an Rücken und ziehe dann so hier den spare ich mir einen Weg das würde auch funktionieren dann baue ich dann so drei Rücken an Rücken oder halt eher so in diese Richtung auch weiter würde auch funktionieren kommt dann ein bisschen auf dem Radius an man sieht zum Beispiel eigentlich müsste der Brunnen ihren Radius anzeigen ja wir müssen irgendwann übrigens bevor der Winter naht das sehen wir ja hier oben da sehen wir die Jahreszeiten wir sind jetzt hier im Ort und der Winter kommt bald und das ist eine knifflige Situation weil wir brauchen dringend Firewood deswegen bauen wir nochmal einen Wood Chat der uns genau das bringt Firewood und ich würde den ja wir könnten den hier direkt daneben setzen mal gucken ob wir den hier noch reingepresst kriegen hier könnten wir den auch setzen aber der hat hier den Eingang ok dann setzen wir den hier da wird Firewood produziert das ist wichtig für den Winter da muss man dringend was gebaut werden sonst frieren die alle und dann sind sie natürlich zurecht auch sehr gekränkt und beleidigt hier ist natürlich auch alles so verschwendetes verschwendeter Platz aber da könnte man wenn man will auch ein bisschen so irgendwelche hier guck mal gibt es so Decorations oh warte mal was hat das zu bedeuten check ich grad nicht wenn ich auf Decorations gehe dann sehe ich einen Umkreis ok naja jedenfalls wenn ich hier sowas baue finde ich geil irgendwie auch in die anderen vorbei wow sieht strahlt Lebendigkeit aus so ist das fertig ne das ist fast fertig das Zeug hier da und das ist fertig sehr schön there are no workers das müssen wir ganz dringend ändern ach laborers work at the budget ok also hier arbeiten alle so Leute die nichts zu tun haben denen kein besonderer Beruf zugewiesen ist die arbeiten dann hier das ist wunderbar da müssen wir uns dann nicht weiter drum kümmern muss ich es irgendwie eröffnen oder sowas ne set limit 60 klingt jetzt erstmal sinnig dann haben wir 60 auf Vorrat und da müsste gleich irgendwer sich verantwortlich fühlen um hier rein zu kommen und ein paar Hälzer zu schlagen ich sehe aber auch dass uns das Holz langsam knapp wird deswegen müssen wir dringend wieder hier so ein bisschen so Leute in die in die Wald schicken um das alles hier mal abzuholzen wir brauchen jetzt wenn der Winter kommt wirklich viel Holz da können wir auch nochmal wegnehmen und hier am Rand sind auch noch welche die können auch weg alles weg so sehr schön hier schlafen so mal 10 ich weiß gar nicht wie man auf einfacher Geschwindigkeit arbeiten soll also das hier ist der Stone Cutter da brauchen wir natürlich einen starken und das ist Slothic Craxon der ist sehr stark der ist jetzt neu eröffnet in unserer unseren Stein Metz wir haben immer noch keinen logischerweise Weizen ist noch nicht fertig ich weiß gar nicht das ist echt das müssen wir warte mal können wir das vielleicht sogar schon ähm wir haben jetzt einen neuen Punkt im Tree of Life also wir könnten direkt das machen oder ich schau mal ob wir hier dieses automatisierte äh bekommen können ne aber vielleicht wenn ich dann da in die Richtung weitergehe weil das ist ja Minenkram und das ist will er dieses happier also ich könnte mal eben hier in diese Richtung gehen da ach da ist es doch sogar Automatic Field Harvest Feature Unlocked ja das finde ich ganz praktisch das machen wir jetzt erstmal das machen wir jetzt erstmal okay das mache ich jetzt weil es eine ziemliche Erleichterung ist wenn ich jetzt sage ey wir automatisieren das denn sonst muss ich jedes Mal sagen ey bitte pflanzt das und dann wenn es fertig ist muss ich darauf achten und sagen ey bitte erntet das und in dem Moment wo ich es automatisieren kann muss ich mich nicht mehr darum kümmern deswegen lohnt sich das total und ich sehe gerade Maximus Jack und Kamuro Ishigamix herzlichen Dank ihr werdet natürlich für eure Treue belohnt mit einem ich habe doch hier meine Population meine Ansicht Villages da Families welche Family willst du denn rein hier guck mal Harkon das ist einer der ältesten glaube ich ne so Harkon das Harkon bekommt natürlich den Nickname von Maximus Maximus ich glaube Jack kriegen wir nicht mehr hin deswegen müssen wir leider bei Maximus bleiben herzlich willkommen im Dorf Maximus und dann haben wir ihn haben wir noch äh Slossy der war doch auch cool hier Slossy du wirst Kamuro Kamuro auch dir herzlichen Dank für deinen Support und du bist jetzt im Dorf im Wikinger Dorf so sehr schön objectives increase village population reach 40 villages also das ist quasi unsere Mission wir haben schon 35 das sollten wir tatsächlich dann zeitnah erreichen hier wird wieder Silber verdient das gefällt mir wir sind schon wieder bei 102 das ist gut das meiste verbrauchen wir für Wegebau und jetzt sind wir in der Situation dass wir das Feuerholz brauchen wir haben ähm aber bei Set Limit haben wir 4 tatsächlich gerade naja jedenfalls bekam das keine Sekunde zu früh das Zeug weil hier wird jetzt das Feuerholz gehackt und die Leute brauchen das sonst frieren die wir haben natürlich diese Häuser extra gebaut weil die ein bisschen kälteresistenzer sind und nicht so viele Ressourcen benötigen wie diese ganz ganz einfachen Häuser das hätte ich gut gemacht oh was jetzt warte mal the crops are dead what ich hab doch gesagt automatic field harvest das ist eine große Enttäuschung das ist wirklich eine Enttäuschung ah ok also das ist leider nix gewesen vielleicht haben wir die auch zu spät ähm gepflanzt das kann natürlich gut sein wir haben die sehr spät im Jahr aber ich glaub im Herbst haben wir ja erst ähm gepflanzt das ist natürlich wenn dann der Winter kommt das ist vielleicht vom Timing einfach auch nicht gut gewesen aber jetzt passiert das automatisiert und jetzt ähm kann ich mich zurücklehnen so ansonsten sieht alles soweit erstmal gut aus können wir gleich anfangen neue Häuser zu bauen wir bauen vielleicht hier noch eine zweite Reihe oder guck mal hier alter Schwede wenn man den einfach nur die kriegen ja einfach richtig Kinder alter Schwede was ist das denn hier guck mal die sind richtig Thryne und Aslaug die sind richtig äh die machen richtig Spaß oh Newcomers will arrive in your village da haben wir es wieder und natürlich dürfen die mitkommen die wurden sogar ähm attackiert bei Looters und natürlich can join auf jeden Fall wir machen kurz Pause und werden den Neuankömmlingen ein ähm warmes Haus zur Verfügung stellen ich werde das jetzt so machen Rücken an Rücken mal gucken dass ich das halbwegs gerade hinkriege so halbwegs ah ja da danke so wollte ich das so bam und und ein weiteres Poolhaus so wo sind jetzt hier ich verstehe nicht ganz manchmal wird das eingeblendet manchmal nicht das guck mal jetzt werden nämlich die Dinger da nicht eingeblendet das nervt mich hart ich würde gern was muss ich machen damit die das einblenden geht das wenn ich das halb drücke ne es geht auch ohne aber es wäre viel besser wenn die so freundlich wären und würden das jetzt hier einblenden dann könnte ich das noch besser bauen ähm soo ungefähr ne und dann machen wir noch ein weiteres machen wir bauen wir ruhig alle vier direkt ja ihr seht ne das ist nicht mehr so ganz gerade aber das ist jetzt nicht so schlimm wir wollen jetzt auch nicht ein bisschen nicht zu pinsig werden aber das führt natürlich zu so einer unsäglichen hässlichkeit wie hier so ok fürchterlich so kann man ja nicht äh arbeiten aber wir machen das jetzt so soo popp und popp sehr platz sparen ne sehr platz sparen ne soo bäm und soo soo da haben wir erstmal wieder was zu tun objective and increased village population jetzt haben wir wieder ein bisschen tree of life punkte bekommen wir haben noch genug essen aber je mehr leute man hat desto mehr wird auch gegessen dementsprechend müssen wir ein bisschen aufpassen wir können aber auch jetzt eigentlich die ähm Anzahl der wo konnte man nochmal die Anzahl der der bauleute erhöhen management resources jobs laborers market ach komm mal da sieht man nämlich alles resources meines farmer community host oh da sind wir noch keine tabern ok also miller haben wir auch noch nicht ich weiß brauchen wir noch nicht Bilder da wir können wir machen wir mal fünf bilder hier ist jetzt ein bisschen schneller die bauen nämlich ist ja winter ne da sollen jetzt ja nicht draußen schlafen wir haben alle ressourcen die wir brauchen da wir haben genug steine wir haben genug bretter wird man nicht also was er schon so werden auch wieder ab wollen es geht erst wie schnell geht das warum dauert es so lange mit den steinen weg so weit ist oder was zweites Lager hier ein bisschen weiter im osten bauen so ihr könnt ja mal mit anfassen hier die ganzen neuen leute und einfach mal auch hier sagen komm wir bauen mal jetzt unsere eigenen häuser aber ich kann ja alles für euch machen wir nehmen euch ja hier schon bei dem Dorf auf wir können ja auch ein bisschen anfassen finde ich das ding ist fertig oder ja nicht frech dass das zwei silber kostet ehrlich gesagt nicht ein bisschen frech aber da hat schon der eine familie platz genommen boah alter Schwede guck mal hier richtig viele junge leute auch ne also der demografische faktor ist auf jeden fall intakt so unsere kleine siedlung hier wächst und gedeiht Geld kommt natürlich auch wieder rein weil die alle essen kaufen und essen gibt es zum glück reichhaltig ich sehe gerade Wolli ist dazu gekommen guck mal Wolli ist auch direkt wieder welche Familie willst du denn Wolli welche Familie willst du denn Wolli wie wärst du mit Uglubart hier der ist hier direkt guck mal der scheint mir ein korrekter Typ zu sein wie wärst du wenn du das bist Wolli Wolli dank dir für deinen support ach das ist ein bisschen blöd wenn man mit der Maus da so raus rutscht aus dieser Zeile dann war's das so weiter geht's zehnfache Geschwindigkeit da ein Haus fehlt noch alles ist da es kann gebaut werden sechs Loks, 20 Steine fehlen noch es gibt immer so zwei Bauphasen das eine muss das Fundament sein und das andere ist dann das restliche Haus hier können wir wieder für lächerliche zwei Silberstücke einen kleinen Schotterpfad bauen was ich natürlich total übertrieben finde aber was macht man nicht alles für die Ästhetik da brennt ein richtig warmes Lichtchen ist das nicht schön wenn man so in der Winterskälte dann so ein schönes warmes Haus hat das ist doch echt was schönes so wir können auch hier das wieder lang ziehen eigentlich dann bleibt es zumindest mal symmetrisch kostet alles Geld aber wozu ist Geld sonst da wenn nicht zum Ausgeben so können wir das hier so machen noch so bleibt das alles so ein bisschen gerade hier kommen dann irgendwelche Statuen hin finde ich so wie sieht's aus mit der Glücklichkeit 65 feels cold ja das ist richtig aber ihr müsst selber ihr seid natürlich selber verantwortlich dass hier Feuerholz gehackt wird da kann ich nichts für also ist alles da was gebraucht wird euer eigenes eure eigene Schuld einfach wenn ihr euch nicht genug Feuerholz kloppt wie die alles machen so können wir in den Tree of Life gucken ob es hier noch irgendwas gibt was uns gefällt Grainware Houses das brauchen wir gerade nicht wir könnten jetzt das können wir auch noch nicht machen wir können uns das sparen und auf Chip Yard warten 1% das finde ich echt ganz schön wenig 1% das ist voll wenig 1% ich meine auf Dauer bringt es vielleicht ein bisschen was aber 1% das ist echt kann leider nicht mit der Leertaste irgendwie das der Winter ist ungefähr in die Halbzeit ich finde es hier ganz schön gemacht hier oben sieht man quasi die Erde Tag und Nacht wechsel und hier unten dann so die Jahreszeiten ist schön gemacht wir können natürlich jetzt hier auch wenn wir richtig dekadent sein wollen in der ganzen Siedlung so ein paar schöne Dekorationen aufbauen diesen Pillar Torch der kostet oh der ist richtig teuer der kostet 5 Silber das heißt wenn ich da jetzt irgendwie vor jedes Haus eine stelle habe ich richtig viel Geld los aber wir können ja einfach mal einen Kompromiss machen und sagen wir setzen hier an die Kreuzung jeweils eine damit zumindest der Block hier irgendwie ein bisschen eingeleuchtet ist und guck mal das sieht doch schon ganz schön aus wir haben hier noch eins hin das kann man auch nicht meckern das ist doch schön finde ich jetzt für so ein Wikingerdorf eigentlich alles voll im Rahmen so dann wollen wir nochmal so ein paar Bäume hier in Auftrag geben die müssen alle weg Holz ist wichtig im Winter ok also demnächst können wir uns vielleicht mal tatsächlich dann der Taverne und so weiter widmen das wäre ja ich weiß gar nicht die Tavern ach die müssen wir erstmal überhaupt freischalten die Tavern solange wir die nicht haben brauchen wir uns auch gar nicht um das Bier kümmern weil das vielleicht auch nicht schlecht ist das schon mal vorzureiten Kettle Ranch und Goat Ranch können wir auch nochmal irgendwie uns angucken Kettle Ranch wo wollen wir das sind das können wir auch hier noch theoretisch bauen very bumpy ground ja very bumpy ok was ist hier oben vielleicht auf die Seite colliding with the trees ja ok aber da müssen die Trees halt weg dann mach die mal wieder weg vorher können wir hier nichts bauen so bitte entfernen sie die Trees das ist sehr wichtig bitte die Trees entfernen jetzt können wir die Nacht jetzt nicht mehr nirgendwer mal irgendwas die werden wir später eine Mine bauen und es gibt grundsätzlich Kohle und Eisen ich weiß auch nicht genau wie man es unterscheidet kann man anhand der Felsen der Farbe und so weiter aber weiß ich noch nicht ich weiß auch noch nicht wie das Kampfsystem ist also wir können ja später auch irgendwie Kasernen bauen und irgendwelche Truppen ausbilden und so weiter inwiefern das dann auch noch zu kämpfen kommt mit anderen Wikingern weiß ich nicht bislang ist es ein sehr gemütliches Aufbauen was ich irgendwie schön finde ich mag dass das so relativ entschleunigt ist dass es nicht so stressig ist dass man nicht ständig irgendwie achten muss oh man keine Nahrung mehr keine Arbeit dass es irgendwie irgendwas fehlt immer es gibt ja auch so Spiele das ist auch wunderbar aber in dem Fall ist es mal eine sehr entspannte Abwechslung dass man nicht die ganze Zeit unter Druck steht es gibt so Spiele dass man die ganze Zeit unter Druck irgendwas fehlt immer irgendwas ist immer kurz vorm Kollabieren und so weiter und das gefällt mir hier sehr gut dass man da sehr entschleunigt bauen kann was oh hier ist jemand gestorben das ist natürlich total blöd brauchen wir einen neuen Arzt zum Glück ist Iskert Asus dort hier richtig der Superbrain und darf hier mal schön die neue Ärzte sein da muss man aufpassen die sterben nämlich auch einfach so ungefragt sterben die weg so läuft irgendwie gerade ist alles ganz harmonisch ja bitte weg genau wie sieht das aus 64 ja die sind in denen das ist immer noch kalt natürlich klar so hier sind jetzt die ähm Bäume abgeschlagen das heißt hier können wir jetzt unsere Kettle Ranch und die Goat Ranch machen ich finde das ist hier eigentlich ein ganz guter Platz vielleicht wo ist der Eingang dann da können wir die beiden hier einfach so daneben oder Kettle Ranch und Goat Ranch so bam oh ach was da kann man die Größe noch bestimmen ja dann machen wir es so direkt groß und das zweite wäre eine Goat ne warte mal das ist doch Kettle hier oder ja das ist Kettle und jetzt kommt Goat Goat Ranch aber wo darf ich die bauen hier ist es sehr hügelig da oben dürfte ich sie bauen ne das gefällt mir nicht wo brauche ich sie lieber hier muss ich hier noch eine Straße einplanen nach oben vielleicht oder ich weiß es nicht gemeint muss ich direkt an dem das ist wichtig so bam ok sehr schön dann haben wir da glaube ich auf der Nahrungsmittelseite auch sehr viel in Bewegung gebracht im Frühling wird es dann auch hier irgendwann wieder eine Aussaat geben und dann gibt es irgendwann auch Brot dann haben wir auch unterschiedliche Lebensmittel das ist wahrscheinlich auch nicht so unwichtig für die Bewohner dass wir nicht immer das gleiche essen so jetzt schön im Winter bauen da haben wir alle Bock drauf die Erde ist gefroren und jetzt mal richtig schön ran und zwei so in diesen Projekte fertig stellen aber die sollen sich auch nicht langweilen so was ist hier los da ist irgendwas sehr sehr unglücklich rum Hunger ja da geht doch was essen ne sorry aber das nehme ich dir nicht ab da musst du selber gucken der Marktplatz der wimmelt wo gehst du denn hin da ist doch was ey das sorry aber das ist nicht meine Schuld Gula was ist los Gula dann geh doch was essen wo gehst du denn hin dann geh doch zum Marktplatz das ist doch alles unfassbar Justice Dilemma knowing that he is not like everyone else Harkon is being beaten by the village bullies whilst taking madly in the village square the duty of these tyrants is to protect the rights and dignity of every citizen but the public is divided on what to do with this crazy villager most of the villagers fed up with how he is talking and acting want this man to be exiled while others want this bullies to be punished so that they can no longer bully ich bin ja voll gegen bullies ne um wow Harkon seeks compensation for the wounds inflicted by the tyrannical commune formed by the lack of security ach du meine Güte Harkon becomes disabled wow ich bezahl 25 Silber und er ist disabled ja aber sorry ne ich kann nicht zulassen dass er verprügelt wird so ich bin voll auf seiner Seite ich mag dieses nicht wenn die hier in meinem in meinem Dorf wird nicht gepullied bin ich kein Fan von ich verstehe nicht warum manche Leute nicht einfach sich was zu essen holen muss ich hier vielleicht noch einen dritten Menschen in den Marketplace vielleicht ist das keine dumme Idee okay wir arbeiten jetzt drei Leute im Marketplace aber das ist einfach Quatsch guck mal hier diese Person ah der hat sie hat gegessen okay weil es ist ja wirklich viel Essen da so der Winter ist übrigens vorbei eigentlich müsste der vorbei sein ich meine hier oben der Pfeil zeigt das an ich weiß nicht warum noch Schnee liegt ja gut manchmal ist ja auch immer Frühling noch Schnee oh guck mal hier Animals okay das ist sehr gut also wir können jetzt hier Stärke und Geschwindigkeit sind wichtig da haben wir doch zum Beispiel ja Ragnar Thorwaldson ist nicht schlecht komm mach mal Ragnar mach das mal wahrscheinlich auf Sicht auch zwei Leute arbeiten ich hab das Feld ja so groß gemacht so jetzt guck mal jetzt taut hier der Schnee weg das ist doch schön oder hier langsam der Schnee weg taut jetzt können wir auch ein bisschen die Räume weg kloppen hier auch ne ist wieder einiges nachgewachsen hier oben auch jetzt können wir alles einmal weg fräsen Baumstaubsauger rein und einmal alles weg okay wir haben jetzt vier Tree of Life Punkte ich würde mal sagen wir gehen mal hier in den Chip Yard rein und dann wartet als nächstes Taylor in Blacksmith auf uns das heißt wir können jetzt eine Ship Yard bauen ich hoffe mal dass hier wirklich was passiert das ist jetzt automatisiert da erwarte ich Ergebnisse so Ship Yard können wir jetzt errichten ähm C hier Fishing Yard also Ship Yard ist wow okay das dauert glaube ich eine ganze Weile bis diese Ship Yard auch fertig ist die wo bauen wir die hin hin so oder hier da geht nicht doch hier würde gehen ähm da ist ein bisschen weit weg von allem vielleicht wenn wir hier dann einmal so da so gerade runter ziehen die soll ich nicht ne so Ship Yard so da brauchen wir die jetzt kostet richtig viel Geld aber braucht man ja früher oder später sowieso so es ist noch nix geernt also das Projekt hier ist wirklich ein bisschen enttäuschend bislang oh no workers oh shoot okay er ist verstorben das habe ich nicht bemerkt das ist natürlich höchst ärgerlich so hier brauchen wir auch wieder jemanden der sehr stark ist und sehr schnell ähm hier Thorwaldson rein da As long as the animals are on the ranch with the workers they continue to breed in ranches where the maximum animal capacity is reached new animals are slaughtered and their meat is stored achso ja das ist doch super das klingt doch wie ein fairer Deal gut oh okay das muss hier mal die liegen hier nur rum oder was die müssen mal abtransportiert werden wieviel Steine haben die 400 Steine äh vielleicht müssen wir nochmal so eine zweite Stone Geschichte hier bauen so ein zweites Lager für Steine ich frag mich gerade ob die die kann ich das eigentlich hier mit so mit ran bauen irgendwo in die Ecke hier so guck mal da baue ich das mit rein da ist ja eh dann hier ist der Stonecutter und da kommt später eh das doch passt doch zweites Steinlager die sind auch relativ fix fertiggestellt wenn die da hoffentlich direkt einlagern ist ja natürlich sehr nett sehr sehr nett so hier muss wieder richtig bitte richtig an den Waldrand weggekloppt werden wir brauchen das Holz und den Platz oh Newcomers will arrive in your village ja they can join of course of course of course they can join so jetzt wollen wir eben schauen wo bauen wir denn unsere Häuser weiter eigentlich wenn wir in der Symmetrie bleiben wollen dann bauen wir sie hier weiter und gehen hier direkt so so müssen wir gehen oder kriegen wir da oben noch ein zweites hin oder sollen wir erstmal hier oben anfangen ach wenn man gedrückt hält oder was ach wenn man gedrückt hält sieht man das ja was gelernt okay das ist ja sehr gut zu wissen so dann bauen wir hier direkt zwei weitere von diesen Purhäusern oder auch nicht das ist komplett random ich checke es nicht ich dachte jetzt wenn man gedrückt hält ist aber gar nicht so das ist nicht so schlimm doch jetzt Hä? ich verstehe es nicht ganz egal so da haben wir jetzt wieder zwei wunderbare neue Häuser für die neuen Leute die hier einziehen wollen und wir müssen ein bisschen Platz lassen für diese Sachen die ein Area of Effect haben aber das finde ich eigentlich ganz gut wir können direkt noch zwei bauen eigentlich wächst und gedeiht komm bauen wir erstmal die so wie sieht das hier aus so jetzt hier endlich mal was das ist ja eine absolute Geschichte des Scheiterns hier diese Felder das läuft hier guckt euch das an ich mag auch dass man nicht ständig irgendwie 100 Verwertungsketten bauen muss sondern das das reicht wenn man hier ein so ein Kettelding man muss nicht dann noch einen Schlachter bauen und eine Wurstfabrik und ein Metzger irgendwie das quasi dann für jede Ressource ist bei Anno ist es ja sehr komplex was ja auch Spaß machen kann aber ich finde es mal ganz erfrischend dass es einfach es reicht es reicht wenn ich so ein Typ hier baue und dann bekomme ich irgendwann Fleisch das finde ich irgendwie ganz erfrischend 100 Silber 36 Bier und 18 Food für ein Fest ja ich glaube wir haben 14 Familien mittlerweile schon wir haben eigentlich immer alles da vielleicht müssen wir nochmal wieder so ein neues Holzlager obwohl das ist noch nicht mal ganz gefüllt Lock Storage aber das können wir trotzdem nochmal irgendwo daneben setzen das nicht weiter stört wir kriegen es hier sogar wir kriegen es hier sogar noch hier so rein ach warum eigentlich nicht ne was soll da sonst hin ist ja nicht viel Platz ist doch ok diese werden die nicht fertig dann weiß es so ihr müsst die Häuser auch bauen ich meine es ist ja alles da wir haben genug von allem bitte bauen sie das fertig da ist das Storage da kann man sich das holen einfach hinlaufen ist nicht so weit bitte nicht so faul sein aber dann passt das doch die lassen sich echt Zeit was ist denn hier los ach die bauen die Ship Yards zuerst kann das sein daran liegt es oh ja ok die wollen erstmal alles in den ah ja die bauen die Ship Yards zuerst ja ok das genießt für die jetzt glaube ich Priorität ich weiß nicht genau wie man die Prioritäten da Priority bitte Priority Priority da das ist jetzt erstmal wichtiger dass die Sachen hier fertig werden vor der Ship Yards Ship Yards ist ein langfristiges Projekt das ist nicht so wichtig das ist sofort fertig wird die Wohnhäuser sind wichtig damit wir die Familien den Dach über dem Kopf haben das ist das allerwichtigste ich könnte glaube ich hier theoretisch auch nochmal so Wohnhäuser lang ziehen nochmal eine weitere Reihe aufbauen die direkt hier so zu sagen ja wie soll ich nicht ne passt doch hier auch noch eins schau mal da kann man dann direkt ja das ist sehr schön da kann man dann so den Weg runter ziehen und bitte hacken sie das hier weg und das auch Stein haben wir noch genug trotzdem trotzdem ah was ist hier los guck mal hier kann geerntet werden jetzt harvest yeah wir können jetzt auch früher harvesten glaube ich schon offensichtlich das kann doch nicht alles sein jetzt hoffentlich das ist doch so eine optische Täuschung ja nur active farmers warum weil es nacht ist oder was wahrscheinlich weil es nacht ist schließlich habe ich zwei Leute dafür abgestellt so hier ihr müsst euch mal beeilen das ist gleich fertig sehr schön eine Familie konnte hier einziehen und das hier das braucht noch eine Weile auch alle Ressourcen gleich eingeliefert oh was ist hier los Building Storage ist voll oh ok also unser das ist eigentlich eine gute Nachricht weil wir haben so viel zu essen dass das Zeug einfach zu voll ist jetzt können wir überlegen ich glaube dass es es gibt nichts weiter es gibt nur das Marketplace um Nahrung ok man muss ich muss wirklich irgendwie ein zweites Marketplace bauen damit mir das Essen nicht verrottet so wie ich das hier gerade verstehe tja was machst du ne vielleicht dann einfach hier hinten das ist natürlich echt bitter ich meine ich weiß gar nicht ob ich kann man das nicht irgendwie erweitern ich habe keine Punkte für Tree of Life aber gibt es theoretisch die Option zu sagen dass ich mehr storen kann das Grain ja Grain ist jetzt ja nicht das was ich suche ich muss ein zweites Dings bauen sonst geht mir das alles flöten und das wäre eine Katastrophe ich will so ungern dass mein Essen flöten geht so wo baue ich dich denn entweder hier schauen das ist so halbwegs ja aber wieso nicht ne dann bauen wir das hier und dann da kommt die Mine in da oben bauen wir noch ein zweites Dings das muss hier mal fertig werden 50 Einwohner haben wir mittlerweile das ist sehr gut die Happiness steigt auch weil der Winter ist vorbei und deswegen sind die Leute froh ich weiß nicht was hier los ist there are no active farmers I don't get it es sind zwei ich habe zwei eingestellt ich finde das ein bisschen frech vielleicht muss ich das hier bei den bei den Jobs nochmal irgendwie im Management Bereich nochmal irgendwie mir angucken also sind die eingeteilt als Ressources, Food, Farmer da zwei Leute oh man kann sogar eine Expedition dann gleich machen wenn ich Schiffe diesbezüglich gebaut habe sehr gut ja ich muss doch noch Leute hier haben die das machen können wo weiß ich mich gestorben ich bin nicht besorgniserregend jetzt nicht dass mir meine Ernte wieder verdirbt hier das wäre sehr schlimm ja die werden schon kommen ach da ist jemand ach er guckt nur nach dem Rechten also ne das Ding ist auch noch nicht fertig hier da fehlt ein Lok noch das ist ja die klasse klingelt das gefällt mir das ist wie in so einer echten Großstadt ne wenn irgendwann sich dann eigene Viertel bilden dann bekommen die auch einen eigenen Marktplatz und so weiter das ist echt ganz passend irgendwann wenn ich diese guten Häuser habe dann sind die alle beleidigt weil sie in so einer schäbigen Butze leben müssen aber ich werde die natürlich nicht alle abreißen dann irgendwann kommt hier oder so kommt so ein Viertel für die Bessergestellten hin warum bist du denn sad warum bist du jetzt sad das ist dein Problem das ist so viel Essen du kannst du kannst alles was du ach ok relative die ok ja verstehe aber den Rest du hast alles was du brauchst du hast ein Haus ok du wohnst in einem alten Dreckshaus aber trotzdem ist doch kein Grund zu meckern verstehe ich nicht das ist doch alles was es braucht sogar ein Arzt bitte ernten sie sofort ah da wird was ja ja endlich guck hier wird was hier passiert was yeah granary 98 granary sehr gut das heißt wir können jetzt endlich jemanden in die Windmill schicken und der muss natürlich ultra stark sein so ein Mühlstein dreht sich nicht von alleine Aslaug Asulfs dort hier herzlich willkommen ähm in der Windmill herrlich okay das ist ja fantastisch endlich und das Ding ist auch fertig aber das ist ja herrlich das sieht so schön aus ne hier die diesen Blumen und auch die Gebäude die haben wir uns noch gar nicht so richtig en detail mal angesehen das können wir eigentlich mal machen weil die sind sehr sehr schön finde ich ausgearbeitet wie sie da so stehen dann hier diese Bäume gerade im Frühling oder im Sommer sieht das doch einfach wirklich prächtig aus das hier ist dann die Mühle da kann man natürlich nicht mehr reinfahren oder wir müssen da reinlunsen da kann man ein bisschen reinlunsen da kann man ein bisschen reinlunsen hier wird das Brennholz geschlagen und hier ist der Marktplatz guck mal das können wir uns jetzt mal alles schön angucken nachdem wir unser Dorf so toll aufgebaut haben hier gibt es Fisch und was ist das Früchte alles kann man hier kaufen das hier ist unsere Segel Abteilung und guck mal wie harmonisch das ist mit dem angrenzenden Wäldchen so hier sind die ganzen Hütten dicht an dicht ist ja klar platzsparend hier so die kleinen Gassen hier können sie die Kinder spielen und fangen und verstecken machen und so hier sind die Baustellen dann werden weitere Wohnhäuser errichtet dort unten bauen wir unsere Werft unser Shipyard ist doch schön herrlich und hier wird tatsächlich jetzt Brot produziert oh herrlich zum ersten Mal frisches Brot ich werde der Duft der zieht jetzt durch unsere Siedlung und die Leute schnüffeln ganz erregt von frischem Brot freuen sich dass es wieder was Neues gibt hat doch der der Jarl wir sind ja der Jarl finde ich richtig abgeliefert der Jarl hat es einfach drauf so was können wir denn nochmal so bauen Storages haben wir eigentlich alles da wir haben die ganzen Ranches wir könnten noch so ein schicken Ding vielleicht nochmal bauen und wieso nicht eigentlich hier ach so weil da ist wieder das Dingsbums ne colliding with tree so mach mal den tree weg bitte dann kommt hier noch Chicken hin da haben wir hier unsere komplette Nahrungsmittelproduktion so auf einem Haufen gepresst ich glaube das geht relativ schnell weg also vielleicht brauchen wir da auch noch ein drittes Feld irgendwie mein Gefühl ist das geht doch recht schnell weg und wenn das das ganze Jahr überhalten soll ich will hier eigentlich keinen Weg zu dieser Hütte bauen sieht schöner aus ohne Weg auch zwei Brote guck wow ich glaube ich muss noch ein weiteres Feld das dauert voll lange bis es wächst was geht ich würde fast noch ein drittes Feld bauen dann hauen wir den hier mal weg und dann bauen wir da ein drittes Feld so jetzt können wir auch schon hier die Hühnerfarm bauen die bauen wir hier direkt da dran so Hühnerfarm bäm stark ich hab den Eingang richtig gesetzt ich hab den Baum guck ich mal ob ich hier ein drittes Feld hinbekomme wir müssen dann ja auch noch so fällt der Baum oder was jetzt fällt der Baum tschüss Baum tschüss Baum also wie machen wir das ähm so okay und hier werden auch wieder wir machen auch wieder Weed und das automatisieren wir bitte automatisieren jetzt haben wir hier drei Felder oh Newcomers will arrive die wär schon ja bei Looters Attack ja die dürfen natürlich wieder kommen wir produzieren ja schon die ganze Zeit eifrig oh was ist hier los Homeless Homeless ja ja klar wir produzieren eifrig Häuser aber so schnell kann man ja gar nicht gegen anbauen hier bauen wir auch nochmal neue Häuser und hier können wir auch neue Häuser bauen zwei Stück so ich hab immer noch nicht gecheckt ich check's immer noch nicht ab wann man das eingeblendet sieht das ist so bam noch eins pure house so bub 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 warte da komm da wird's grün okay bam und dann bauen wir nochmal direkt hier so die Kohle muss die Kohle geben wir gerne aus dafür so bam okay das sieht doch ganz gut aus ein eigener Block so bauen sie das auf die Menschen müssen irgendwo rum das fehlt hier wir müssen Timber wir haben eigentlich alles da es fehlt eher so an Leuten die das bauen beziehungsweise dieses schleppen ich habe sehr viele Baustellen auf einmal ich werde mal wieder die Priorität für diese Häuser hochsetzen der Rest ist nicht so wichtig auf die Shipyard das kann warten Shipyard kann warten ähm Namen Nils Land of the Vikings habe ich schon mal gesehen schon alle Dorfwohner nach Chattern benannt ähm ne äh Don Leon ähm alle Leute heute werden alle alle die äh heute ein Sub dalassen die werden die werden knallhart hier ins Dorf eingegliedert auch egal ob sie wollen oder nicht jeder der Sub wird hier einfach knallhart Dorfbewohner und seien wir ehrlich das ist ein schönes Dorf also das äh finde ich tatsächlich sehr lebenswert hier und daher ist das ja auch keine Strafe ähm was bauen wir nochmal ich glaube wir haben echt jetzt also hier haben wir alles was man so braucht wir können langsam mal anfangen uns auch um die Mine zu kümmern die würden wir hier irgendwo anbauen wobei ich nicht weiß keine Ahnung was jetzt das ist Kohle oder was ich weiß es nicht so und da was ist das ach guck mal hier äh Sings Alex guck mal das ist doch versuchen wir uns doch mal jemanden schönes für dich raus nicht den der ist unglücklich was ist mit ihm hier? ja der ist schon der sieht jung und begabt aus der hat noch eine Zukunft der ist jung guck mal hier das ist jetzt äh siehste so geht das noch nicht Sings Alex herzlichen Dank herzlich willkommen im Dorf du bist jung du hast noch deine ganze Zukunft vor dir also der Kram ist aber wir müssen das hier auch mal fertig kriegen wenn das stimmt wir haben alles da uns fehlt das glaube ich einfach an Trägern an Leuten die einfach guck mal hier lila blue suchen wir dir auch mal jemanden raus was ist denn hier guck mal hier die ist doch auch super zack schlau äh lila blue herzlich willkommen im Dorf lila blue und vielen Dank für deine Unterstützung Renzersenf guck mal wenn du nicht oh der ist alt ne der stirbt bald komm du kriegst jemand der noch mehr Zukunft vor sich hat irgendein jungen jungen kräftigen mit viel Zukunft was ist den haben wir schon ja der ist auch schon recht alt ich meine das muss nicht schlecht sein aber ja der ist noch nicht ganz so grau nicht ganz so grau sein er ist auch schon ein Carpeter ist ein wichtiger Job ich finde ne du kriegst jemanden jüngeren das wo kann man das nicht machen hier was ist mit dem das ist eine Frau oder ja pass auf wir suchen den wir können auch hier gucken wir gucken einfach mal hier bei äh gibt es hier kann man hier Kinder irgendwo anklicken child population ne families guck mal was ist denn hier mit den Arsulfs sind die hallo achso da ist er weg machen das poppt sonst nicht auf hier das ist Arsulf ja Arsulf ist super komm das ist ein guter das ist ein guter Renzersenf da haben wir den schön rausgesucht der hat auch hier Hardworking er ist ugly aber das ist egal das zählt nicht bei Wikingern das ist egal das hat zu der Zeit überhaupt nichts ähm geändert so weil man hat sich zu der Zeit nicht über Äußerlichkeiten definiert sondern über Kriegslüsternheiten und harte Arbeit und wie viel man trinken konnte Zechen war wichtig wenn du zechen konntest was ist hier los hast du ja eigentlich gestorben oder was geslautert hier ist schon wieder irgendwer von uns gegangen wir nehmen Giermund Erbsson Giermund Erbsson ist ein sehr talentierter Typ und ich finde Giermund Erbsson der so talentiert ist und gleich hier bei uns im links mit anfang das ist natürlich ein perfekter Job für Ash Beard Snake Oh Ashbeard wir müssen nur Ashbeard schreiben sonst ist der Name zu lang warte Ashbeard Ashbeard Herzlichen Dank Ashbeard und äh ich seh grad Ted Schmoseby auch für dich finden wir jemand Feines ach da war doch grad sogar ein kleines Kind ne Hätten wir auch das kleine Kind schon nehmen können also war nochmal Families ja was haben wir denn hier Tora und Boothild wo ist denn Boothild? ne warte da ach so warte es sind hier zwei das ist ja besser hier was ist mit Thrine äh Thrine der hier ist super guck mal der ist richtig gut das ist deiner hier ähm Ted Schmoseby Ted Ted Schmose Ted Schmose muss leider in der Manglung an Zeichen Ted Schmose sein vielen Dank Ted Schmose und Gaius und Gaius komm mal Gaius für dich suchen wir ganz jemand besonderen raus du musst äh du kommst in die Thrine Familie das ist äh starker kräftiger Name und zwar Björn 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 ach so er muss erstmal das andere Fenster schließen das ist ja ein bisschen komisch ey Björn schläft oder was? Hallo? ich darf Björn nicht angucken weil der liegt schon im Bett ok dann gucken wir uns den mal an was ist mit Slothy? ey ja der ist zu alt der der geht der hat du bist ein Hard to Worker du bist ein Genius alter Gaius das ist doch du kriegst ein Genie alter Gaius guck mal Gaius ne geht nur Gaius ok Gaius du kriegst ein du hast ein Genie grad bekommen wow wir haben Genie im Dorf das ist natürlich klasse so warum wird das hier nicht fertig das äh krinkt nicht tatsächlich wir haben alles was wir brauchen wir haben ich weiß nicht ob das an den Workern oder an den Trägern mangelt also mein Gefühl ist es fast es müsste an den Trägern mangeln weil die Baustellen alle noch nicht die nötigen Ressourcen bekommen haben im Sommer ist es so schön aber jetzt ist es schon gleich ne warte mal summer ach so das ist Herbst aber das zeigt er nicht an gleich kommt der Herbst guck man das ist fast schon wieder Winter das geht echt schnell wir brauchen mehr Leute die hier einfach Sachen transportieren wir müssen nochmal hier auf ähm das kann man wieder zu auf das kann auch zu Management und auf Jobs gehen wir brauchen mehr Leute die was schleppen sind das einfach Laborer ja transports Goods cuts assign trees and stones wir haben richtig viele Laborer also eigentlich ich weiß nicht warum die einfach nicht schleppen wollen es ist von allem genug da Straßen sind auch da kann sich nicht beschweren auch nur active builders was bedeutet das sind Leute gestorben oh ja oh ok oh oh ok Leute sind gestorben oder sind in Rente gegangen man weiß es nicht wie das da war bei den Wikingern früher jedenfalls erklärt das ein bisschen weshalb diese nicht gebaut wird aber ändert nichts daran dass nicht genug Material da ist also kann nicht nur daran gelegen haben werden wir auch standesgemäß bestattet in der Wikingerstadt natürlich ihr werdet verbrannt so war das früher Usus eure sterblichen Überreste wurden mit den Flammen nach Valhalla geschickt und dürfen je nachdem also wenn sie in der Schlacht gefallen sind dürfen sie in einem großen langen Haus mit Odin das ewige Fest feiern Meht saufen Fleisch essen was man so alles gemacht hat wenn man so wie ihr weil ihr hier in diesem mächtigen friedlichen Dorf lebt gestorben seid dann dürft ihr nicht in die große Halle Odins aber ihr dürft dafür in die große Kornkammer da ist so ein riesiger Kornspeicher da dürft ihr Heuballen so Heuballen Feste feiern dürft da so euch das Heu reinschmeißen und oben vom Heuschober so runter und so das ist auch lustig es kommt immer auf den Beruf an für jede Berufsgruppe gibt es dort in Valhalla so ein eigenes so einen eigenen Bereich das ist wie so ein Freizeitpark wenn ihr Fisch erwartet dürft ihr einfach den ganzen Tag tauchen und mit so mit so kleinen Fischis schwimmen und so oh hier das ist endlich fertig dankeschön ähm da brauchen wir jemand der schnell ist Frodi ist sehr schnell dann sehr gut da geht es mir jetzt weniger darum dass da was verkauft wird sondern mehr um die Lagerkapazität dass wir jetzt hier nicht unsere Lebensmittel verlieren hat unser Dorf auch ein Lasse Blute oh das ist eine gute Frage ich glaube nicht aber wir können uns ja einfach mal ein ja wenn du gerne möchtest hier Engli Irson ja das ist jetzt hier Lasse guck mal wenn du gerne Lasse Blute möchtest dann ist das jetzt hier Lasse Blute aber ich weiß nicht guck mal Lasse Blute geht nur Lasse Blute ist ja in Hesse ne Lasse Blute und äh firegirl herzlichen Dank firegirl wir suchen dir auch mal jemand schön raus hier was ist denn die ist auch jung ne oh ja guck mal die ist super was kann die die ist tapfer guck mal das passt zu deinem äh namen sie ist tapfer sie ist jung sie hat eine große Zukunft fire ach mit zwei i aber ne girl bam schau mal herzlich willkommen im Dorf vielen Dank für den Support und hier steht eine große Zukunft bevor so das ist voll ich verstehe dass es voll ist aber dann lagert es doch hier ein meine Güte so das ist noch nicht fertig aber der Weg ist relativ perfekt getroffen ich weiß nicht ob das das müsste ja Kohle sein wenn das so dunkel ist oder steht stone structure nicht stone color so irgendwer ist hier homeless was ich nicht verstehe aber ich weiß das zu ändern wir bauen einfach weitere wohnhäuser das ist doch eigentlich gar kein Problem für uns wir können hier noch zwei bauen guck mal jetzt wird das wieder angezeigt das ist nicht das ist nicht ich muss ihn nervt ist dass der jetzt zu der seite raus will warum macht er das sagt es mir nicht sagt es mir nicht so können wir da bauen und dann müssen wir erstmal den baum absendeln da das geht gut und das gehackt hier das wird gehackt das baum baum weg baum weg baum weg auch wieder baum weg alles manuell machen wenn man das wenn man eine zeit lang vergisst dann schlupsi lupps macht man kein Holz also der lock storage ist ja auch das ist gerade ungemütlich ne dunkel es regnet der herbst ist da und hier genug arbeiter ja zwei active workers und wir können gucken ob wir nochmal so ein ach das Holzdepot ist hier sogar ganz leer wenn wir dann brauchen wir das und das sieht ja auch nicht voll aus 15 von 30 nö dann ist erstmal ok hier ist jemand gestorben deswegen ist die gatherer hart nicht besetzt da brauchen wir jemanden der sehr schnell ist und sehr viel glück hat äh sortieren wir erstmal nach glück das sieht ja das ist eine sehr gute brauche kombination du kannst das machen und Smudgemore und äh Dan Dan und Smudgemore pass auf euch suchen wir auch mal hier zwei gute Leute der sieht hier sehr fleißig aus ähm das ist Dan und Dan oh Dan ist ein Dwarf ok das sieht man ihm aber nicht an hat man jetzt nicht gesehen ehrlich gesagt ist aber auch in der Wikinger Zeit kein Handicap gewesen und äh Smudgemore du bist herzlich willkommen in der Sloth Dynastie Bäm hallo Slothy Smudgemore freindvon du bist strong you have a muscular body Glückwunsch sehr dünn dünn und muskulös gute Kombination wie bei mir und du bist ein Riese ok der einer ist sorry Dan du hast den Riesen äh den Zwerg bekommen und Smudgemore hat den Riesen den dünnen muskulösen Riesen bekommen der auch ultra stark ist super strong das sind seine Eltern Ted Schmoss hier Ted du bist der Vater von ähm Smudgemore das ist doch das ist ein guter Genpool offensichtlich so hier können auch mal wieder geerntet werden was ist mit den Workers bitte kommen sie und ernten sie wir brauchen das oh hier ist auch wieder irgendwas zu besetzen Glück ach was wegen Eier legen oder was so die hat sehr viel Glück Bjarne und hier ist wieder irgendwas gestorben glaub ich das braucht Kraft und Geschwindigkeit der ist woanders schon beschäftigt dann nehmen wir der hat eine ganz gute Kombination der Arbeiten jetzt da sehr schön das Vogelgezwitscher ist laut sagst du das höre ich natürlich ich kann es nicht ich kann nicht ein bisschen leiser machen wenn es euch stört auch hier ein bisschen in den Settings in den Sound gehen ein bisschen hier die weiter geht's wie sieht es hier aus ach guck mal das ist ja richtig glänzender Steinboden guck mal hier edel wow das sieht ja aus wie so eine Villa guck euch das mal an ich hätte nicht gedacht dass sie das mit so einer hässlichen Mine so schön bauen ok wir haben von allem genug da ich werde mal na wir haben genug Bretter ich brauche keinen zweiten Carpenter das passt eigentlich alles dann lassen wir die jetzt erstmal alle fertig bauen so das ist ja auch auf gutem Wege oh 72 Bretter 100 Steine haben wir aber 40 Steine haben wir also wir haben von allem genug ich bestelle jetzt einfach mal damit er sich nicht langweilt einen zweiten Carpenter ein dann haben wir vier Carpenter das reicht müssen natürlich auch aufpassen dass wir da nicht zu viel und diesen Locks direkt umwandeln in Bretter guck mal hier kann man auch wunderbar ein bisschen was wegholzen da werden die Häuser gebaut das ist gut ich weiß nicht ob die ähm wie bei vielen Spielen auch angenervt sind von der Nähe zu gewissen Industriegebäuden also in dem Fall die Mine die ist ja vielleicht auch laut weiß nicht stinkig würde sie nicht sein in dem Wikinger Zeitalter hatte man ja eigentlich nichts was da jetzt groß rausstecken konnte aber wer will schon direkt neben der Mine wohnen der Mine vielleicht sonst oh hier ist auch wieder jemand äh von uns gegangen den müssen wir sofort ersetzen Guest Sibison macht das wir können natürlich irgendwann auch das hier machen aber das müssen wir im Tree of Life uns kaufen und ich weiß nicht genau wo das zu finden ist das war das dass die ersetzt werden Taylor Blacksmith darauf können wir auch sparen keine Ahnung kommt später noch schaut euch das mal an also die Tree of Life hat hier noch einige Äste deswegen sparen wir mal ein bisschen weiter wie viel Cola haben wir 166 könnte auch mehr sein jetzt hätte ich jetzt auch kein Problem mit Schipyard Schipyard ist schon seit Monaten im Bau das stimmt natürlich tatsächlich genau das ist ja völlig normal so eine Schipyard baut sich ja nicht einfach in zwei Tagen ne was erwartet ihr das ist ja ein richtiges Großbauprojekt das dauert halt eine Weile das sieht ja irgendwie das sieht ein bisschen aus wie Gold hier oder? oder was ist das? ne ok vielleicht eher Schwefel keine Ahnung ja ja Weed Granary acht Brote backt die gute Bäckersfrau also das läuft jetzt hier auf jeden Fall an das passt hier haben wir auch Rinder jetzt die sind bald in Schlachtungsreichweite so wie ich es verstanden habe wenn das hier voll ist ab dann wird geschlachtet also man muss die erstmal eine Weile auch gibt es ja keine Eier ach ich dachte es gäbe Eier also die Lebensmittel sind ja wirklich gut bestückt kann man sich nicht beschweren wir fast gleich noch einen dritten Marketplace bauen aber wahrscheinlich ja wir haben wir bestellen so viel her ich weiß nicht ob man irgendwann auch Außenhandel machen kann oh herrliche Neuigkeiten also die Mine ist fertig ich guck mal hier jetzt verbinden wir das noch die Mine ist fertig also was wird hier rausgeholt? Coal ok das ist Coal Coal braucht alles? ne Coal braucht Stärke Coal der ist ultra stark Slothy Smudgemo geht in die Mine und holst erstmal ein bisschen Coal raus brauchen wir dann hier noch so ein Storage für Coal eigentlich? haben wir zumindest nicht wird auch nicht angezeigt gibt es dann gar nicht ok also zack gehen die Coal rein ich weiß nicht ob das zum Heizen benötigt wird oder für die Schmiede später oder so vielleicht haben wir noch gar keinen Bedarf dran aber wir müssen dann auch schauen wo wir Eisen herkriegen also das ist tatsächlich Kohle und irgendwo muss ja auch dann ein Eisengebiet noch vorhanden sein oh was ist ach nein haben die nicht aufgepasst hier ist jetzt unsere Ernte wieder weg plötzlicher Wintereinbruch und da wird es nicht das ganze Jahr jetzt Brot geben weil die Farmer einfach faul waren das muss man sich auch mal vorstellen da geht es hier ums Überleben des gesamten Dorfes und die sind einfach faul hier sind auch wieder mehrere Leute gestorben das ist auch nicht in meinem Sinne ähm der ist oh der hat oh der ist glaube ich zu wertvoll für einen anderen Betrieb hier Björn kann das machen aber sind die denn beide gleichzeitig gestorben wieso denn das ich muss hier mal das Limit hochsetzen ehrlich gesagt das ähm setzen wir mal auf 100 äh ist das hier auch auf 100 dann automatisch ja weil sonst machen die ja irgendwann nix mehr ne das war ja schon die ganze Zeit auf 60 und dann hängen die halt faul rum ne so das ist ja Quatsch können wir auch theoretisch die irgendwann mal rausschmeißen und sagen okay jetzt haben wir genug an diesen Brettern jetzt könnt ihr mal was anderes arbeiten solange bis das wieder benötigt wird vielleicht können wir auch bald die Jägerhütte mal abreißen fragt ob man das da braucht ne jetzt habe ich so viel ich habe so viel Fleisch guck mal ich kann ja mal die Jägers Leute mal irgendwie hier guck mal einen da mal rausschmeißen so so viel zu essen und auch hier ne ach da ist eh nur einer drin die zweite Hütte müssen wir uns ja nicht tot machen jetzt jetzt kommen wir gleich die ganzen Farmen werden auch noch was ist hier ach so das Ding ist voll mit was denn eigentlich mit Leather und mit Wool woher kommt die Wool woher kommt die Wool woher kommt das hier von den Farmen das ist ja eigentlich von Schafen kommen woher kommt das ich weiß es nicht und die Brewery können wir die nicht schon bauen jetzt pass auf das nächste was wir jetzt bauen ist die Brewery die bauen wir hier dann hacken wir mal den hier weg und jetzt kommt ein großes Projekt hier hier kommt die Brewery hin und zwar machen wir das folgendermaßen so pass auf production Brewery ach die ist ja voll klein das ist ja ungewöhnlich very bumpy ground ok wo ist die Tür ist die Brewery ist das die Tür so da können wir jetzt nicht da müssen wir erstmal wieder das hier abhacken und dann bauen wir das hier das frägt mich immer noch auf das ungeheuerlich kann ich den Farmen im Winter eine andere Arbeit geben ja das kann ich auf jeden Fall ich kann die da erstmal rausschmeißen ich weiß nicht ob die nicht automatisch auch was anderes machen ich bin nicht ganz sicher jetzt zum Beispiel habe ich jetzt 100 Timber jetzt könnte ich zum Beispiel sagen ey ich schmeiß jetzt mal eine raus weil ich habe jetzt hier habe ich einen und da habe ich einen nicht quatsch ne schmeißen wir mal einen raus und dann sehen wir wenn wir was brauchen jetzt haben wir erstmal genug Ressourcen hier ist schon wieder einer gestorben oder was das ist offensichtlich ein sehr gefährlicher Job der ist super der passt so ah ja pass auf wir lassen uns mal eben gucken ob wir jetzt hier diese Geschichte hinkriegen mit unserer Brewery wir wollen langsam mal ein bisschen Bier haben ok also wie machen wir das am besten ja so pass auf wir probieren mal wir probieren das mal also wir machen mit denen hier so hin und dann gucken wir jetzt mal nach Feldern auf fields of glory hoch was wie jetzt hab ich doch gesagt ähm und so hopp hopp guck mal guck mal das geht deutlich besser oder oh das ist ja so ein Triangel gittigit ich hab ein Triangelfeld gebaut das hat natürlich eine gewisse Hässlichkeit kann man nichts äh beschönigen warte mal natürlich mit meiner Straße dann blöd wo brauche ich denn wo brauche ich denn Straße bis zum Feld wahrscheinlich schon ne muss ich das nochmal abreißen dann geht hier der Weg so schief hoch da hab ich ja nicht mit zufrieden ok pass auf ähm weg machen wir nochmal da und dann richte ich das anhand der Straße aus oder wie mache ich das wenn ich die Straße jetzt da noch hochbaue ok so dann machen wir das kurz nochmal aber das ist schon deutlich besser als bei diesem anderen Feld so bäm das ist ja voll schief schief und krumm aber ich kann das richtig hoch bauen das ist alles komisch na gut aber besser als vorher in jedem Fall so und da kommt jetzt äh natürlich entschuldige bitte hallo hallo ähm ich darf es nicht mehr auswählen ok ne vergiss es da müssen wir warten bis ich da überhaupt erstmal was bauen kann so dann bekommen wir demnächst auch Bier und dann können wir auch irgendwann hier so ein Festmall starten da wollen wir 45 Biere ich frage mich natürlich ob das fällt ich weiß ich kann das nicht einschätzen was die Größe angeht und wir brauchen eine Barley Crap oh what the fuck das ist ja riesig okay okay ähm die kommt dann hier so hin so da passt die doch irgendwie ganz gut ähm sehr gut so dann bauen sie mal bauen sie mal bauen sie mal hier ist die Jägershütte ist komplett leer aber das ist wir haben so viel Essen das ist nicht schlimm so wird hier Kohle hier wird tatsächlich Kohle raus gehauen das ist super weiß nicht wofür ich die jetzt benötige und ich glaube ich brauche demnächst mal hier so ein weiteres Warehouse können wir noch irgendwo eins bauen vielleicht hier am Ende der Stadt die sind ja nicht zwangsläufig wir können auch hier hinten eins bauen das ist aber ganz gut wenn die ein bisschen an unterschiedlichen Stellen sind wobei in diesem Warenhaus ich meine ja es ist halt ein Warehouse das ist halt kein also da sind halt so fertige Ressourcen was die Leute halt so brauchen vielleicht ist das ganz gut wenn ich das hier instelle das ist ja nicht irgendwie Ressourcen also das sind ja fertige Produkte die Leute wollen das ja dann irgendwie haben und das ist ja ganz gut wenn der wenn die Mall hier direkt bei den Leuten auch ist so alles sieht gut aus wir können mal wieder ein bisschen Holz schlagen und zwar hier wo wir gleich auch noch bauen wollen alles weg bitte und hier können wir auch ein bisschen rumpacken unser Bierbrauer den müssen wir noch nicht einstellen weil wir ja hier das Feld noch haben weiß nicht ob das ausreicht keine Ahnung können wir vielleicht fast schon zweites Feld bauen irgendwie im rückwärtigen Gebiet hier so vielleicht das zweite schon mal bauen ich kann mir vorstellen dass das zu klein ist der will ja so richtig viel Bier brauen einfach nur komm wir bauen hier direkt noch eins geht das von mir? ja das müsste gehen so warte noch einmal ganz kurz Pause nicht dass das da jetzt direkt wieder nachwächst ich gehe mal hier volles Risiko oh ey das ist ein ulkiges Feld okay das ist ein sehr ulkiges Feld aber es ist nicht schlimm ich mag mein kautziges Feld so so kommt man da sicherlich das ist doch schön jede Ecke wird genutzt so weiter gehts was nennt man so eine Form? Humbug? man weiß nicht was es werden wollte und dann ist es gar nichts geworden also der Winter, der Winter, bald kommt der Frühling wir haben alle genug Holz ich hoffe doch natürlich ist die Zufriedenheit im Winter nicht so hoch wie im Sommer und Frühling aber das kennt ja jeder einzelne von uns auch oh wir haben wieder 6 Tree of Life Punkte das ist sehr wunderbar das bedeutet wir können Eternal Hammer & Weaver Taylor & Blacksmith freischalten das ist super und dann toss a coin to your Trader ach das mag ich eine kleine Witcher Reference da können wir traden das ist super ah stark alter Schwede das ist ja relativ umfangreich also guck mich das mal an der Baum geht echt recht weit hoch da scheint man schon eine längere Zeit mit Spaß zu haben ich möchte auf jeden Fall diesen Trader haben weil ich glaube da könnte ich dann überschüssige Ressourcen auch verkaufen und insbesondere bei der Nahrungsmittelproduktion habe ich da noch einiges an Potenzial auf jeden Fall so hier kommt mal der geschwindete Gaius guck mal Gaius du arbeitest im Warehouse jetzt das ist ein sehr verantwortungsvoller Job ich hoffe du kommst dem auch dementsprechend nach so man möge den Winter beenden es ist kalt die Leute frieren aber sie wollen nicht frieren wir haben 82 Menschen hier schon ich muss wieder weitere Häuser bauen ich könnte eigentlich hier weiter bauen guck mal hier wenn wir jetzt hier können wir noch ein bisschen bauen hier so bauen wir noch Häuser rein drei Stück kriegen wir locker in hier ist schon wieder ach ne genau das ist ja der Typ bald ist es Frühling lalalala da haben wir so wenig Geld eigentlich Schiffswerft ah sie ist endlich fertig Intelligence und Speed wer kommt da in Frage oh guck mal hier Frodi Frodi Son Speed und Intelligence beides vorhanden hat insgesamt in der Addition 4,1 äh das macht weniger weniger ja das ist schon der Beste ey wo bist du ähm hallo da Frodi Frodi Son du machst jetzt zack build a ship guck mal hier aber wir können ein Fishing Boat bauen bam kost alter ist das toll 25 Silber 32 Timber ne doch egal Construction bam Frodi Frodi Son wird jetzt hier ähm so der nächste der nächste Sub wird Frodi Frodi Son Shipbuilder das ist ein sehr ähm geachteter Beruf im Wikinger Zeitalter gewesen wir kennen alle noch Loki aus ähm Vikings der war auch Schiffbauer ähm sehr sehr wichtiger Job so bald ist es Frühling da gleich ist der Winter vorbei und dann können wir endlich mal diese Felder hier bestellen mit der Brot Geschichte bin ich sehr unzufrieden Floki und Schiff ja Floki war der Schiffsbauer genau oder Floki ne warte wie ist die Floki egal wie ist die Floki wie ist der denn ist die Floki ich weiß nicht mehr wie der hieß ich dachte der hieß irgendwie so so ey Frühling ist da das heißt wir können jetzt hier Barleys auswählen Barleys und Bam Bam wir machen mal jetzt drei Leute können mal ach komm was soll der Geiz vier Leute gehen an die Felder ran äh Plant Bam Bam und hier auch bitte warte da Select Barley Plant Bam Bam ok wird automatisch gemacht und wie ist es hier mit diesen Feldern Weed wird auch automatisch gemacht ne jawohl ok also da mehr kann man ja nicht tun jetzt müssen wir die Ernte abwarten und dann erst setzen wir jemanden rein der dort Bier braut und hier brauchen wir dann Barley ok gucken wir mal was passiert schauen wir uns das mal an hier wird auch so langsam sterben die mir hier alle weg Gatherer Hut wir sollten jetzt auch nicht zu ähm sehr drauf vertrauen dass wir genug Nahrungsmittel haben Lagerfer oh was ist das shit Erdbeben nein hör auf nein will ich nicht hör auf jetzt hör auf no 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 oh da bin ich überhaupt kein Fan von hör auf oh Gott das ist ja einfach super mies hör auf okay jetzt muss ich erstmal schaden Och Gott das ist ja einfach unfassbar mega nervig Och du meine Güte da hat jemand hier sein Haus verloren hier auch oder was das kann ich nicht mal Hallo No Earthquake The tree of life Yggdrasil is shaking the gods must be angry with us some buildings collapsed people died and became crippled Ach du schade sacrifice for animals Villagers will work 20% slower since they will also be renovating buildings ja wie lange denn 111 111 Silber Ne 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 sorry das ist mir zu viel Geld Okay das müssen wir auch Rebuilden Ach du meine Güte das ist ja unangenehm gewesen Shoot Aber mehr haben wir nicht verloren nur diese beiden Gebäude oder was ist hier noch Boah das ist ja echt bei den das bei den Wikingern ist das doch nicht so krass Das ist auch kein Erdwegengebiet gewesen Das finde ich jetzt aber ein bisschen blöd So was ist jetzt hier mit wird jetzt hier ge Dingsbumst ich hoffe doch Okay Ja wir haben jetzt ja genug Opfertiere so wir haben ja diese ganzen Ställe da nicht umsonst errichtet mit dem ganzen Vieh Die sind aber trotzdem glücklich Warum auch immer Aber ich finde es jetzt auch ein bisschen frech der Administration die Schuld zu geben Also kann hier nun mal nichts für Wir arbeiten ja jetzt so schnell wie es geht und versuchen das wieder aufzubauen Ja klar habt ihr jetzt grad für einen Moment mal nichts irgendwie Aber wir machen so schnell wir können wie ihr seht So schnell wir können Und wisst ihr was ich pack sogar noch ein paar Häuser drauf Ich pack noch ein paar Hauses drauf So Einfach Um zu zeigen dass die Administration was macht Wir haben es gehört Euer Wegklagen ist angekommen Und wir bauen noch mehr Häuser einfach Dass auch die Familien mit erwachsenen Kindern Wissen sich nicht mehr Eine kleine Stube teilen Sondern Guckt euch das an hier Die großen Neubauprojekte Ich schiebe an Meine Administration Packt die Wohnungsnot Am Kragen Am Balkon packt sie die Ach warte mal Ich hätte vielleicht hier den Weg auch so hoch bauen können Aber es ist nicht so schlimm Es ist nicht so schlimm Das passt schon Drei neue Häuser werden errichtet Die werden wieder aufgebaut Let's go Komm Leute Wie sieht das aus mit der Ernte So Fear Workers Niemand macht was Alle sind faul Was ist hier? Da arbeiten ein paar Leute Aber nicht viele Das reicht nicht Gehen sie ran ans Feld Tun sie was Wir wollen endlich Bier So was ist hier mit dem Fischerboot Ist es fertig? Hatten wir das jetzt schon gemacht? Oh No, oh A grave Filled with silver Was found While digging for construction The villagers noticed That something hit their shovel When they looked carefully They realized that it was a grave Full of silver It would be best to leave this dead as it is So as not to incur the wrath of the gods Also wir haben ein altes Grab gefunden Da liegt Silber mit drin Als Grabbeilage Und wir können das jetzt plündern Und Wow, okay Wir können das ganze Geld da rausholen Aber dann werden die Götter sauer Und ich befürchte so ein bisschen Dass diese Naturkatastrophe Von gerade auch ein bisschen was mit der Gemütslage der Götter Unserem Volk gegenüber zu tun hat Deswegen wollen wir die nicht weiter erzürnen Sondern lassen mal den Ähm, alten Herren da In seiner letzten Ruhestätte In Ruhe Ja, aber ey, aber Warte mal Aber ich weiß ja nicht Okay, das ist natürlich bescheuert Ich weiß nicht um welches Gebäude es sich handelt Nö Ich sag einfach Don't Don't touch the grave But keep building Bam Das ist jetzt Das mach ich jetzt So und äh, ich wollte wissen Wie ist das mit dem Schiff Hatte ich jetzt schon eins gebaut? Hat er doch schon eins gebaut? Dachte ich Wir bauen jetzt als erstes erstmal Eine Fischerhütte Fishing Hut Warte Warte Auch nicht so billig So, da kommen wir in die Fishing Hut hin Und dann Guck ich mal, ob ich Ähm, wie heißt das? Schon ein Schiff hab man muss ich hier noch kann auch beide verbinden und es ist völlig bescheuert aber rein für die ästhetik wenn ich schon so zwei aufgänge haben können auch beide verbinden oder sieht das einfach scheiße aus so hier wird jetzt ein bisschen die see besiedelt aber die häuser haben priorität ist doch klar alles was ihr haus ist hat priorität das auch kommt alles was haus ist wir haben alle nichts mehr wo sie wohnen können das ist echt bitter so hier ist auch irgendwer gestorben das ist total wichtig dass wir genug leute haben so geschwindigkeit und da muss wir müssen ein paar mehr leute rein und hier reicht einer das ist er eine lagerstätte als verkaufs obwohl sie das mit der ernte aus warum ich muss doch schon gehen nee warte mal was ist denn hier los der nur echte farmers hallo entschuldigen sie bitte die alle hier zugange oder was entschuldigen sie bitte das muss doch vier farmer das muss doch reichen für so ein bisschen quatsch was bräuchte eine kurze entscheidung ja oder nein willst du mir nicht sagen warum trevor z also was der grund also ich sag ja ist einfach ja wir haben vier farmers wo sehen sie ihr müsst was tun ihr müsst dahin los 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 farmers wo seid ja genau vier leute sind jetzt das ist nicht euer ernst entschuldigen sie das gibt es noch andere baustellen und ihr bier oder wollt ihr kein bier ich kann auch jetzt hier nicht wir machen sechs farm 6 können gar nicht alle ist gut okay sagst du sagst uns auch noch später was es war gott hoffentlich was irgendwas positives nicht wirklich irgendwer soll ich hier im penny einbrechen so nicht irgendwie nicht so ein quatsch hoffentlich so dekoration piller torch okay so da haben wir wieder ein bisschen schöner gemacht die häuser werden auch bald fertig sein das gefällt mir gut also unser dorf ich finde schon ganz gut ein bisschen zufrieden so der wenn der hier also das ist der quatsch wenn der jetzt hier nichts baut dann muss er da auch nicht sein oder baut jetzt was hat jetzt ein schiff wir können hier wieder ein bisschen mehr von den bäumen abschlagen so komm jetzt aber hier muss jetzt ich glaube hier wurde was gepflanzt ja auch sehr gut oh newcomers will arrive ja klar can you join super wir bauen gerade drei neue hütten also das haben wir auch mit priority wie viele bilders haben wir denn drei neue sollte noch eigentlich reichen lassen wir hier mal frei für irgendwas oder machen wir das hier kommen hier brauchen wir auch noch mal eine neue hütte auch jetzt ist es wieder nicht zu sehen dass ich verstehe es nicht gut so dann haben wir hoffentlich demnächst frische gebäude bitte bauen sie bitte bauen sie jetzt sehen nur ein paar steine wo wir haben keine steine wissen wir keine steine haben weil ich natürlich faul war und nicht wieder irgendwelche steine in auftrag gegeben habe selber schuld da habe ich mich zu sicher gefühlt sind wir keine steine mehr schnell hier ich habe elf stunden gelernt morgen letzte prüfung der stream hat mir geholfen mich zu beruhigen sagt joanna isoa joanna isoa ja hier wirst du weiter beruhigt ne du hast ach du redest von unserem stream hier ne ja also jugendzimmer ist ja meistens auch sehr wild ne ach guck mal hier werden die dinger gebaut kann man sich auch mal so in real geschwindigkeit laufen lassen das ist nicht schön hack 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 wir bauen uns ein haus das ist natürlich deutlich langsamer als gewollt so geht es schneller das ist wichtig dass wir immer neue häuser bauen damit die menschen auch eine eigene familie gründen können oder wenn zugereiste kommen die sich dem dorf anschließen wollen dass die auch ein wohnhaus haben und wenn man es richtig macht zum beispiel frodi frodison und tora giermunds dort hier die haben eine familie gegründet das hier ist unser schiff schiffsbauer schon drei kinder hier drei kinder nicht schon die sind also sehr eifrig dabei hier bauen wir gerade unseren ersten der erste fishing hat fischerhütte ansonsten ist hier gerade alles gut ich sehe gerade die lebensmittel sind natürlich reichhaltig vorhanden aber sie gehen ein bisschen zur neige deswegen werde ich mal den jägers hütte wieder auffüllen und da brauchen wir zwei verschiedene also grundsätzlich gibt es vier talent kategorien für unsere bewohner und man sieht immer für jede industrie was man braucht in dem fall brauchen wir power und lack der jäger braucht power und lack also sortieren wir mal unsere bewohner nach power 2,5 und dann gucken wir mal bei lack 0,7 ergibt in addition 3,2 da sind wir schon bei 3,5 bei lack 1 der erstmal gut nehmen wir mal hier einen jäger mit rein damit wir jetzt nicht irgendwann nichts mehr zu essen haben und auch unsere gatherer hat also da werden zum beispiel so früchte gesammelt und sowas ne kräuter ist auch unbesetzt weil die menschen die da vorher gearbeitet haben die sterben irgendwann auch an altersschwäche oder so deswegen wollen wir hier auch jemanden reinsetzen 2 plus 1,1 3,1 ist ein guter wert in der addition beider talente und das ist jetzt erb uglu barzon whatever der ist jetzt unser gatherer hier haben wir gerade niemanden das ist aber auch völlig in ordnung das können wir auch mal kurz schließen diese produktionsstätte wird gerade nicht benötigt denn wir haben genug holz unsere lager sind relativ voll und es gibt einen tree of life das zeige ich euch mal hier das ist der entwicklungsbaum da seht ihr wir sind relativ am anfang denn das geht noch ganz schön weit hoch und verzweigt sich auch hier in diverse richtungen also da ist nur einiges offen obwohl unser dorf reichhaltig bestückt ist da kommt noch mehr und das nächste was wir haben wollen ist toss a coin to your trader alle witcher fans verstehen die referenz und dann können wir traden und bin mir nicht sicher ob wir dann unsere waren auch verkaufen können gegen gutes silber aber ich hoffe dass guck mal hier bitte die haben sechs worker hier kann jetzt hier gehabt das ist ready to harvest wenn jetzt hier nicht eine vernünftige ernte bei rauskommt ich richtig sauer die haben nämlich schon mehrfach die ernte verkackt und dann kam der winter und ist alles einfach komplett vor die hunde gegangen und dann gibt es das ganze jahr kein brot mehr und das wäre echt schade ich habe jetzt sechs farmer sechs also sorry da kann man ja auch mal ergebnisse erwarten das sage ich als sehr gnädiger jahre die haben schwer dem schwenig denn zu hause werden leider eben so ein erdbeben hier was ziemlich viele häuser vernichtet hat aber hier wird wieder ein neues gebaut gucken sehr schön da sind die werke am hermann und ein neues haus entsteht und dann haben wir wieder weniger menschen ohne obdach ehrlich sagt direkt eingezogen gäst sie gewahrt sonn und aslaug jetzt dort hier werden sich jetzt wenn sich vereinen und kinder bekommen auf dass unsere siebung wächst wir jetzt 98 bewohner ich kann mal kurz gucken es gibt ja auch so quests wir sind der nächste quest wäre reach one hundred and sixty villages also 160 98 das kann auch eine weile dauern aber wenn wir weiter fleißig einfach diese häuser bauen dann passt das schon ich werde mal jetzt hier den weg bauen dann haben wir hier noch ein richtig teures baugrundstück genau in der mitte das ist wahrscheinlich das begehrteste stück land hier tatsächlich hier da mitten im zentrum ist noch was frei mal gucken wer da einziehen darf und ich ziehe einfach mal das kostet mich voll viel silber aber es ist ja auch das auge ist mit ne also ich bin schon daran interessiert dass die stadt auch wunderschön ist und dann bezahlt man auch gerne ein groschen mehr für so einen kleinen weg dann können wir eigentlich direkt noch mal häuser bauen jetzt ist es nacht wir bauen noch mal ein paar von diesen häusern denn wie gesagt ich glaube zum einen ist es notwendig damit sich da eben familien ausgründen können weil da wohnt teilweise dann einfach sehr eine großfamilie in diesen langen hütten da und wenn der sohn oder die tochter keine eigene immobilie findet um eine eigene familie zu gründen dann wohnen sie ewig bei den eltern und pflanzen sich nicht fort und das ist natürlich auch nicht in unserem sinne deswegen erschließen wir mal hier neue möglichkeiten müssen wir ein bisschen holz hatten auch hier das hat normales ab das wächst auch alles sehr schön nach so wenn jetzt hier nicht langsam ich werde gleich durch das kann überhaupt nicht sein wieso würdest du nicht immer wissen was ist denn hier los das ist gleich wieder winter und dann habe ich ja wohl erst mal sommer aber wie ich habe hier keine vernünftige ernte dann werde ich richtig fuchsig ich habe sechs farmer hier eingestellt das muss doch reichen oder sechs farmer obwohl ich meine gut bei 100 prozent in seiner agrargesellschaft okay vielleicht müssen es dann doch ein bisschen mehr sein ich finde so agrargesellschaft das zehn prozent farmer ist eigentlich schon nicht so realistisch so sieht sie aus mit unserer gott die ist ja das auch gar nichts passiert da ist noch gar nichts passiert also wir haben wieder genug steine weil wir so stein vorkommen die einfach hier so rumliegen abgeerntet haben das ist gut können wir auch noch mal wären hause oder ist dass sie zu bambi sind bambi hier wollen die nicht bauen jetzt hier aus irgendwas war gerade grün zu bambi geht nicht nicht schlimm ist den platz haben wir noch können auch noch nach oben raus wir haben zwar hier die jägerhütte aber die jägerhütte kann wir können wir auch nach hinten schieben man kann die nicht bewegen nehme ich mal an oder was ist das increase the storage ah ok ah place more decorations to increase effectiveness ach ok jetzt check ich das ich habe mich das nämlich vorhin gefragt aber hier sieht man auch was die quasi für einen zweck erfüllen diese dinge ach guck mal einer an ja das ist natürlich also das ist ja natürlich erst mal okay das bauen wir jetzt erstmal jetzt ok pass auf jetzt bauen wir mal so ein paar sachen das ist ja gar nicht so unwichtig increases the defense of the village it makes the village look richer its installation next to the house hauses provides happiness ach du meine güte ach du meine güte ja das hatte ich ja nicht auf dem schirm aber dann machen wir das doch die leute sollen happy sein guck mal das ist nämlich hier irgendwie unser logo bäm voll happy kostet aber auch richtig viel asche ne aber die zeigen hier alle flagge das sind alles patrioten und ach guck mal hier oh hier überschneidet sich das guck hier die kriegen eine gemeinschaftsfahne schneidet sich gibt den bonus für beide häuser das ist natürlich besonders clever gebaut und das gleiche hier auch noch mal hammer oh hier triple bonus ha sieht zwar kein schwein mir doch egal triple bonus das heißt die vier sind abgedeckt und dann ähm ja machen wir hier wie viel geld habe ich noch ich habe genug geld so die kriegen hier ihren wappen stadt sieht jetzt wesentlich reicher aus dann gehen wir hier hinten noch hin wow hier gibt es einen doppelten bam und hier auch bam und hier ist auch noch ein doppelter das ist natürlich klasse da zahlt es sich aus so eng zu bauen so das ist ja super und dann können wir hier nochmal so increase defense aber habe ich da überhaupt irgendeine vielleicht muss ich da warten bis das ok ich guck einfach mal ob das irgendwo stehen kann oder also wir bauen mal hier einfach so ein ok ich glaube das hat hier an der stelle nichts gebracht das müsse in irgendeinem defensiv gebäude in der kaserne oder so gebaut werden schätze ich mal ok das macht die leute wieder glücklicher das ist ja fantastisch das habe ich nämlich gar nicht so richtig gecheckt und diese sachen erhöhen also die effizienz hier diese komische da diese boxes und barrels increase the storage space so geil hammer haha ja nils siehste wohl ähm das hätte ich mal früher machen sollen das ist natürlich ganz fantastisch ja wieder was gelernt das ist halt absolut oberhammer das ding hier ist nämlich voll wenn ich jetzt hier so kisten dahin setze ah so jetzt müsste das eigentlich mehr storage haben da kann ich sogar richtig viele bauen ich kann das komplett zumüllen aber die müssen auch nicht mehr gebaut werden die sind instant da aber das ist ja das ist ja ich habe hier wieder was gelernt ok dann hier so stehen einfach so boxen rum jetzt aber das ist immer noch voll oder ja jedenfalls finde ich haben wir jetzt ein bisschen was schon geiles gemacht ok wieder was rausgefunden das ist doch super so military können wir noch nichts machen ne das ist ich nehme mal an diese defense gebäude müssen dann ja diese defense decorations die uns einen bonus auf verteidigung geben die müssen dann hier in den radius 1 dieser gebäude und da haben wir halt noch nichts so trade dog und war dog können wir aber wenn wir oh jetzt sind wir schon so guck mal mal tree of life wir können was neues machen und zwar gehen wir natürlich auf trading das könnten wir auch machen train warriors aber ich will erstmal train in traders dingsbums gehen und schauen ähm products are bought 10% cheaper das ist natürlich auch direkt was interessantes so und jetzt können wir wahrscheinlich irgendwas tradiges bauen aber was also lass uns doch mal gemeinsam schauen muss das nicht echt bei live sein oder ein hafen ist das wahrscheinlich dann bei sea trade dog oh wow ok ok ähm müssen die da auch hinlaufen das ist ja eigentlich ganz geil das ist ja direkt an der straße so teure angelegenheit und wird eine weile dauern so wir haben keinen fischer ähm fischer wollen glück und gehirn haben fischer sind kluge leute wie wir hier gerade lernen 2,5 plus 0,9 sind 3,4 oh das ist hier ein guter match das wird besser wird es nicht gries sibison ist die perfekte fischerin ne der perfekte fischer entschuldigung und wir haben jetzt auch ein fertiges schiff bam da das haben wir ausgewählt das hat er hier gebaut äh er hier frodi frodison hat das gebaut und ja wir können hier noch keine größeren schiffe deswegen kann frodi frodison kann auch mal kurz was anderes machen weil wir haben jetzt alles was wir brauchen wir können auch einen zweiten fischersmann beherbergen aber ich glaube na warte mal wir haben nur ein boot oder ne wir haben sogar zwei boote dann hat er doch zwei gebaut dann holen wir uns natürlich auch noch einen zweiten fischersmann und zwar nehmen wir mal 2,5 0,9 ja der ist auch gut bührend freien von so zwei fischers leute die uns frischen fisch ähm an land ziehen und die werft muss grad nicht besetzt sein ist ja quatsch dass der dann seine talente verschwendet was ich nur nicht verstehe ist warum hier nicht hier kann ich nochmal neue leute einstellen das ist ja gar nichts ähm das kann richtig voll sein zack ich verstehe nicht warum hier jetzt die kapazität nicht sofort erhöht wird hier reicht glaube ich erstmal einer so weiter was ist hier hinten mit unserem steinbruch gehts voran äh eher schleppend ne eher schleppend so ich überlege wir können wo ist denn hier der eingang eigentlich das können wir nicht sehen ne könnte ich schon mal eine straße bauen ne ich lass das erstmal bis das fertig ist das wird dauern bis der steinbruch fertig ist aber es ist nicht so schlimm wir haben was das macht mich hier völlig wahnsinnig ok da arbeiten jetzt zum ersten mal arbeiten hier leute drauf du sehst mich jetzt im spätsommer oder was ich bin kein farmer aber ok hier ist wenigstens was angepflanzt worden ich glaube ich muss mal die anzahl der farmer noch grad mal auf 10 erhöhen das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie die ich hätte hätte von vornherein mehr farmer machen müssen ich habe Angst dass mir hier die ernte abkackt aber es ist ja ich habe ja noch den herbst wir brauchen dringend das bier die leute wollen bier die leute wollen bier hallo warum machst du nicht beim rustplatz mit aktuell mache ich ja aber heute ist pause heute ist rustplatz pause und die war ich war die woche unterwegs auch viel konnte nicht so viel machen wie ich wollte aber ich werde versuchen am wochenende mehr zu machen wir brauchen hier nochmal häuser hier wird wieder richtig sich fortgepflanzt also wir machen noch mal ein paar tour hauses stellen die dann so rum hin so guck mal bam und ja das ist doch ein schöner block dann nehmen wir mal hier den so sehr gut dann können wir hier eigentlich auch direkt noch zwei bauen beziehungsweise kriegen wir die überhaupt hin doch sieht ganz gut aus ne ja guck mal bam und auch der nicht oder was very bumpy ground ja ok dann äh das ist weit weg hier sieht es hier aus oh ja hier geht noch guck mal guck mal dann machen wir hier noch eins und äh könnten wir auch noch eins vielleicht dann so ja so geht auch so lauf hammer und hammer okay da entsteht neuer Lebensraum sieht gut aus ich bin zufrieden an was mangelt ist es mangelt ein bisschen an holz deswegen hacken wir hier die ganzen trees ab die wachsen relativ schnell wieder nach das ist sehr sehr komfortabel solange man dort nichts baut wachsen die alle wieder nach so ich habe jetzt wirklich richtig richtig viele farmer gebaut hier darf jetzt gleich geerntet werden zehn farmer sind jetzt gerade das erntesaison ich habe zehn farmer eingestellt wenn jetzt hier wieder nichts bei rum kommt wenn das fällt hier nicht rechtzeitig abgeerntet wird vorm winter und alles kaputt geht da bin ich richtig sauer ich mache noch mehr farmer es ist erntesaison saisonbedingt müssen mehr farmer eingestellt werden gleich im winter brauchen wir keine mehr aber jetzt bitte nicht die ernte wieder verrotten lassen wie zwölf farmer für so ein paar popelfelder wie ihr lasst mir die ernte ver- so hier wird was geerntet hier ist erntezeit guck mal hier wow okay hier wird richtig geerntet das ist gut kommt alles ja hier rein in die granary warte können wir mal einen zweiten Bäcker einstellen schnell dann wird das schneller weggebacken und so komm hier ist doch jetzt auch erntesaison da, come on da wird auch geerntet das heißt wir können jetzt hier schon mal auch jemanden für die brewery uns aussuchen geil da wird gleich Bier gebraut das wäre unser erstes Bier so das Ding ist rappelvoll aber die arbeiten ja das heißt ja wird direkt wieder aufgefüllt ok sehr gut das Zeug liegt hier irgendwo rum wahrscheinlich genau das liegt auf dem Feld rum bitte hier auch ernten oh hier wird geerntet oder? geerntet jetzt hier, come on hier Angli Thorwaldson erntet das Feld das heißt yay guck Barley das heißt hier kann gleich jaaa guck mal Bier ist fertig das erste Bier ist fertig Hammer das sind großartige Neuigkeiten wir lassen mal noch einen zweiten Bierbrauer direkt mit mitmachen oh Leute das Dorf jubelt das Dorf jubelt aber ich sehe wir brauchen glaube ich mehr Felder und mehr von diesen Dingern hier also das Lager genau das hier ist das ist quasi mein Lagerhaus für die Ernte aber ich habe das Gefühl ich muss mehr Platz für Felder bauen ich habe das Gefühl das das soll ja das ganze Jahr überhalten und ähm ja was ist denn hier doch ist schon wieder einer gestorben unser Stonecutter ist nicht mehr bei uns deswegen 1 ne die müssen nicht so smart hier das reicht Erbstort hier kann das machen da muss ich nicht so ein Genie heransetzen das wird auch nicht fertig einfach doch das geht gut voran sogar sogar sehr gut bald beginnt der Winter wieder da müssen wir dann vorbereitet sein oh einige Leute haben kein Zuhause warum ich baue doch fleißig Häuser wieso seid ihr alle obdachlos das ist doch Quatsch übrigens hat das Spiel auch falls ihr noch von Rockerbeats kommt und das noch nicht so alles gesehen habt das Spiel bietet auch so random Events wie ein bisschen wie bei Crusader Kings übrigens jetzt habe ich gerade gesehen wir haben hier äh äh Krafi guck mal Krafi ich weiß gar nicht was du mitbekommen hast und auch Rantje oder Antje wahrscheinlich vielen Dank für euren Support äh Krafi 16 Monate und ich habe vorhin gesagt der ähm derjenige der als nächstes ein Abo dalässt der hat die Ehre äh wo ist er denn jetzt oh wo ist er wie ist er denn noch ist er verstorben wie ist noch unser super geiler Typ der hier so Shipyard bauen wollte wo ist er denn ich weiß halt nicht dass er tot ist lief da irgendwas mit Britney weil der ist nicht mehr da der ist ja ausgezogen in die Welt hinaus gute Schiffsbauer sind ja schwer zu finden ich sehe ihn nicht mehr ich glaube der ist nicht mehr da ich glaube der ist nicht mehr da dann äh wirst du jemand anderes dann pass auf äh wir sortieren mal hier komm du guck der ist doch super hier ne ähm hier oh das ist eine Frau ist egal dann ähm nehmen wir Antje komm da kriegst Antje du kriegst hier diese clevere äh Dame das bist jetzt du du bist nämlich ein Genius das ist nicht krass ähm aber du willst natürlich nicht du bleibst nicht da du bist ein Genius und äh wen nehmen wir denn mal für Krafi hier ist das ein ist das ein auch eine Frau ey die die soll da auch nicht arbeiten aber Plugs the Sloth guck mal bei Plugs ist so da weiß ich das nicht zuzuordnen Plugs ey the Sloth warte wir warte mal ne 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 das machen wir anders es gibt eine Familie glaube ich die heißt Sloth oder hier Slothy Family du glaubst du nicht im Ernst Plugs the Sloth dass du nicht äh hier quasi bei dieser Familie unterkommst ähm das Problem ist ich weiß nicht welcher das ist der hier Arsolf Slossison hey Plugs the Sloth hier Plugs das ist doch perfekt für dich ach das wenn man mit der Maus nicht genau auf dem Farb bleibt dann ach das macht mich wahnsinnig ich komme gegen die Maus verrutscht einen Zentimeter so Plugs das ist ja fantastisch so jetzt müssen wir noch jemanden für Krafi finden Krafi äh die Thorwald Familie ist eine der eingesessenen Engli haben wir glaube ich schon oder ne guck mal hier ah Engli ist zu alt der stirbt mir gleich weg du sollst ein bisschen länger uns erhalten bleiben Ragnar ist auch ein sehr sehr mächtiger Name Guthorn zum Beispiel wo ist Guthorn er hier der ist super Guthorn ist Hardworking okay er ist ein Krüppel aber er ist Hardworking und äh das ist einfach ein guter Name äh das ist eine der mächtigsten Familien hier also Krafator Guthorn Krafator Ragnarsson ist einfach ein mächtiger Name ähm Drunken Cat oh Drunken Cat kommt in die welche Familie haben wir denn hier noch die sehr kettig ist ich finde welcher Name ist eher so katzig ähm ja da kann man so viele mittlerweile Erb Bollwerk Hermund 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 ist ein katziger Name mächtiger Name und äh guck mal der ist Arsulf ist auch sehr gesund das ist noch ein Kind Arsulf Gott Hermund das ist Hermund so äh du bist Drunken Cat ist sein Spitzname Drunken Cat Bäm mächtiger Name mächtige Familie Herzlich Willkommen in der Stadt so weiter geht's mehr Tempo zehnfache Geschwindigkeit wie sieht das hier aus ah die Granary ist voll ok wir bauen jetzt eine zweite Granary weil auf Sicht wollen wir ja nicht äh so abkacken und bauen hier direkt ey was ist los ich glaube wir müssen erstmal hier diese Bäume abzwackeln dann können wir vielleicht auch noch mehr Felder errichten und eigentlich ja das gleiche auch hier ne noch mal den baum weg ich weiß nicht ob ich hier so eine zweite die daneben kriege wahrscheinlich nicht aber vielleicht das krieg nicht so easy daneben da würde ich sie tatsächlich hinkriegen hier so versetzt und nichts wächst ich nicht oder sie direkt da hinten doch ganz schön aus so wenn die bäume hier weg sind dann gucken wir mal ob wir da noch eine zweite hinkriegen storages war die gräne sagt so bitte mal die bäume weg machen ja baum fällt hammer gut und wir haben zwei bier brauer die arbeiten tag und nacht und wenn wir irgendwie 65 bier haben oder so dann können wir hier im haupthaus wo jetzt wollen wir schon 83 auch du meinst immer teurer als 23 bier und dann können wir richtig geile fete feiern je mehr einwohner sind desto mehr bier brauchen wir natürlich auch vermutlich für jeden erwachsenen ein bier oder sowas deswegen müssen die richtig ran klotzen mit dem bier sieht das aus mit dem hafen wo ist der fertig wo guck mal oh freudig trade doch nichts an der construction aber ist jede sekunde fertig jetzt oder jawohl ski ok geil ich habe aber kein doch ok ok jetzt gucken wir uns mal an wie das mit dem trade funktioniert ich habe kein schiff deswegen bringt mir das wahrscheinlich nichts aber ich kann richtig viel geilen scheiß verkaufen auch preis kohle geht ganz gut weg hey drankenkarten vielen dank für deine zehn abos woop die gehen an artex zaymer goldener schnitt skarbraut night twigs jubo die louis-formel mad eivison brumboa good chat und xia virus herzlichen glückwunsch ich hoffe ihr freut euch vielen herzlichen dank liebe drankenkid und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam hier an also use is food okay das müssen wir einmal richtig checken also bier ist essential to keep the crew happy at sea ach da müssen wir auch noch ach okay wir müssen den erstmal sachen auch noch mitgeben da muss wir nach crew for the ship to sail darf nicht zu schwer sein wir müssen genug essen und bier dabei haben okay also wir müssen erstmal richtige voraussetzungen schaffen um so ein schiff überhaupt loszuschicken und trade duration kann man einstellen aber ich habe noch gar kein schiff deswegen gibt es erstmal noch keinen sinn aber ich könnte jetzt zum beispiel sagen kohle ich habe 110 kohle im lager hat einen guten preis 12 bis 16 silber was pro ein kohle was oder wie oder für alles okay ist das der preis was ist die kleinste einheit ist es eine kohle ist doch viel zu viel geld für eine kohle das heißt wahrscheinlich das ist alles was ich im lager habt dann oder wie das heißt ich würde jetzt sagen okay 50 kohle aber dann müsste ich das schiff los schicken also es ist nicht so wie bei anno dass hier auch schiffe ankommen vermute ich mal beziehungsweise bei cell also ich kann nur ein chip ich weiß nicht ob ich hier sagen kann ich kaufe auch was und wenn ein schiff kommt dann kaufe ich dem das ab das könnte ich auch sein dass es das dann schiffe hier an land und und das dann einfach hier lassen wenn ich sobald ich hier auf bei einstelle oder ich muss das schiff los schicken mit den sachen und er kommt dann mit den gekauften sachen zurück das weiß ich nicht wir können wir einfach probe halber irgendwas einstellen was wir noch gar nicht haben wir können zum beispiel sagen wir kaufen hier ein sonnen was ist teuer ich sag ganz schnell wir machen iron tools irgendwas was man auch direkt sieht kommt ach ein iron tool und ein wintery wenn wir das irgendwann haben dann kommt auch ein anderes schiff zu uns und wenn nicht dann geht das nur wenn man das schiff selber los schickt weiter geht's bald kommt der winter im prinzip jetzt exakt das muss sofort geharvestet werden beim please sonst wird das alles vernichtet sein please 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 harvest now very important please please 15 das feld muss gerettet werden please harvest now yes thank you thank you das hat hier priority dieses gebäude hier denn okay ihr seht das alles ist jetzt tot was nicht noch geerntet wurde und deswegen gehen jetzt die farmer auch ich finde es eigentlich super dass es so richtig saison bedingt ist das ist ja auch ein sehr saison bedingter job eigentlich aber das ist jetzt einfach so geschehen na gut aber wir haben zum ersten mal ein bisschen bier produziert ich weiß nicht wie viel wir jetzt insgesamt haben das muss ja eigentlich unter management oder was wo sieht man das elf bier ist ja lächerlich wenig aber sobald wir hier iron tools haben oder diese komische dingsbums high quality cloth oder so dann weiß ich dass dein schiff gekommen ist das merken wir uns natürlich ja das bier das reicht natürlich noch nicht wir müssen hier noch mehr bauen mehr felder bauen ich brauche gleich hier noch ein riesen feld hier noch ein riesen hopfen feld und hier bei euch noch ein riesen dingsfeld weizen das brot wird bald alle sein ich muss einfach im frühling also ich muss einfach dann wirklich mehr auf bauern einstellen das ist das das ist das einfach und dann auch genug lagerplatz haben aber die das haben wir dann alles fertig das haben wir dann alles fertig dann haben wir die granaries kann das ganze jahr über brot produzieren ich meine es mangelt wirklich nicht an nahrung aber sobald wir dann irgendwann schiffe und so los schicken das ding ist auch voll oder was das ding ist auch komplett voll okay hier können wir auch mal so ein bisschen decorations noch bauen hier so ach das ist ja sehr guck mal das ist natürlich sehr vorteilhaft das müsste für beide gelten jetzt guck mal entschuldigen sie doch zählt das jetzt für gar niemanden oder was okay das finde ich jetzt ein bisschen mies beziehungsweise ehrlich gesagt ist das total bescheuert von mir nee das ist total dumm habe ich das jetzt schon bezahlt kriegt das kriege ich die kohle zurück ich kriege die kohle nicht zurück oh das ist ja mega mies okay das bringt jetzt ein bisschen was aber die anderen oh newcomers will arrive das ist natürlich fantastisch wir bekommen gleich zuwachs die dürfen natürlich kommen und wir müssen uns darauf vorbereiten neue häuser bauen sonst sind die obdachlos okay hier die haben schon die andere nicht priority priority ein schwieriges wort so das ist gut diese häuser sollen bitte alle zuerst gebaut werden die sind schon den auftrag gegeben das dauert einen kleinen moment wie viele bilder haben wir denn eigentlich wir können jetzt ja ein paar mehr machen weil die farmer ja alle weg sind da ist ja ein bisschen was frei geworden ja guck mal die haben alle kein zuhause hier ei 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 kommen wir mal zehn bilder wir haben genug leute jetzt haben wir auch genug steine haben wir auch genug steine aber auch nicht endlos also wir müssen mal wieder leute losstecken ich glaube unser nächstes objective 160 villager haben wir auch in kürze erreicht das ding kommt ja überhaupt nicht voran das wird auch nicht fertig wir hocken das wird alles wie abgehackt hier oben auch alles weg okay guck mal die armen mitten im winter ne ey aber das ist halt auch sehr kurzfristig ehrlich gesagt gewesen sehr sehr kurzfristig ich glaube da kommt kein schiff port one port two supply ach so das ist nur für die schiffe dann oder ja okay also ich kann das noch nicht bauen ich muss erstmal diese schiffs schifffahrt erforschen da haben wir glaube ich also von den sachen haben wir alles ne blacksmith ist neu das ist neu das haben wir noch nicht gemacht das können wir machen gleich wir brauchen aber eisen für ein eisen haben wir noch nicht aber ein teilern müsste funktionieren wenn wir hier mit dran setzen gleich hier so ran setzen so eisen eisen wir brauchen reisen ich weiß aber nicht wo vielleicht können wir das mal eben mal das ist ja das ist stark das wird mir direkt angezeigt und ist das dann eisen oder was oder ist das auch kohle seht ihr da einen unterschied zwischen dem gestein ich meine es jetzt im winter schwer zu erkennen aber die werden wir doch nicht so zwei kohle sachen nee da ist ja sonst keine andere gelegenheit oh was fishermen are not happy with the newcomers ach diese fischer machen wieder ärger some of the locals are offended by the new arrivals and complain to you they say that the fish is scared because the newcomers washed all their belongings in the lake ach okay die haben die sachen da gewaschen strange is we don't have a lot of stuff that's why we have to use the sea to stay clean was haben wir für optionen fishermen should be patient oh das finden die gar nicht gut use the water from the well might lead to new vents oder forbid okay ich will ja natürlich ich als harmoniebedürftiger mensch will ich nicht dass irgendjemand sauer ist deswegen sage ich mal die sollen das wasser aus dem brunnen nehmen und wenn ich pech habe kommen da irgendwelche unangenehmen events noch nach das ist dieser crusader kings teil dass da immer diese random events kommen oh hier guck mal die häuser sind sind die häuser fertig doch jetzt haben wir alle ein zuhause oder nicht ich denke schon sieht gut aus so und wir müssen mal hier wieder so ein bisschen ja das kann alles weg 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 alles abhacken ja auch kack 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 kann alles weg machen so haben wir genug häuser für das erste ich glaube ja ich frage mich die ganze zeit ob ich das hier noch offen lasse für irgendwelche Statuen oder sowas ich glaube ja hier konnte ich ja nicht mehr bauen was war das gerade mir war das gerade mir war das gerade das war doch gerade kurz grün warte egal so hässlich wenn wir hier noch was machen hier zum beispiel hier zum beispiel hier kann man auch gut bauen dann haben wir mal das weg dann bauen wir hier noch drei okay und hier können wir auch noch ein, zwei bauen auf jeden Fall so ich weiß nicht wie viel besser die Good Houses dann irgendwann sind aber die können wir noch nicht bauen keine Ahnung ey hallo diese hier keine Ahnung aber auf jeden Fall reicht es das erste wer will schon direkt neben der Mine wohnen also wenn man jetzt sagt man ist Minenarbeiter dann finde ich ist es ja recht praktisch wenn man direkt da wohnt und da ist auch die Mall hier ist eine Mall so schlimm ist es nicht und hier ist der Markt klar hast die Mine und so aber trotzdem ist es jetzt nicht die allerschlechteste Wohnoption so weiter geht's also diese eine Brunnen deckt ja auch relativ viel schon ab wenn wir jetzt noch einen zweiten bauen ja ich darf hier dürfte ich wieder einen bauen ich bin mir jetzt nicht sicher ob der Brunnen ob man den quasi ich bin mir nicht sicher ob der Umkreis des Brunnens quasi das Einzugsgebiet des Brunnens für die Leute die da wohnen darstellt oder ob man den quasi ob das dieser Kreis nur bedeutet dass man ihn ja auch wieder verbessern kann sozusagen das keine Ahnung da habe ich hier so einen Brunnen auch so darf ich nicht colliding mit dem anderen Brunnen hier könnte ich einen bauen durfte ich hier noch ein zweites Haus bauen ne ne Bumpy Ground dann passt der doch hier eigentlich ganz gut hin tatsächlich ich hab doch hier grad das war doch gerade grün da so da kommt da noch ein zweiter Brunnen ist doch okay das doch so wir haben keine Steine mehr das ist mega blöd wo haben wir denn hier noch irgendwie da super wichtig denn unser Steinbruch wird und wird nicht fertig glaube ich zumindest wo dahinten könnte man auch noch welche hin schicken ist ja sehr weit weg aber egal in der Not oh das ist ja fast fertig es ist fertig ne aber fast neun Arbeiter aber kein aktiver ist ja auch nacht oder ja aber das Ding ist gleich fertig das ist Hammer guck mal die arbeitet auch nachts die ist gut hier Aslaug Ivarztotir das ist ein Dwarf siehste und die arbeitet aber auch nachts alter ist die fleißig wow die ist MVP so und hier sollte es dann einfach den stetigen Fluss an Stein geben jetzt geht's zu schlafen aber die hat richtig viel oh ist fertig ah guck mal her ist fertig wow da muss er einfach super stark sein und dann nehmen wir mal jemanden der vielleicht nicht besonders begabt in anderen Dingen ist es gibt ja auch einige Industrien die brauchen mehrere Attribute und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut wenn man einen nimmt der einfach nur stark ist aber strunzdumm und so der hier vielleicht ach ne das ist Drunkencare ok naja aber das ist ja auch eine Ehre hier zu arbeiten deswegen ähm der hier noch so und dann bauen wir hier noch eine schöne Straße und zwar bauen wir die dann hier pass auf so hier führt es runter könnte das so eine schöne Kurve machen wir aber nicht so wir sind gegen Kurven eine ganz ganz leichte kleine Kurve so jetzt ist da auch eine Dingsbums das ist so hervorragend dann könnten wir eigentlich hier auch nochmal mal genau genau der Stone Cutter das haben wir eigentlich ganz gut gemacht Stone Storage und dann können wir hier vielleicht ich weiß ja nicht wie viel die da reicht erstmal so so geil haben wir das Ding auch und wenn wir gleich keine größeren Bauprojekte mehr haben und der Stein auch abgearbeitet wird dann werden wir uns mal an die Mine Alter Schwede haben wir viele Leute mittlerweile guck dich das mal an 147 Menschen leben hier jetzt schon boah ey ich muss mehr Hütten bauen ich glaub hier krieg ich ne hier krieg ich keine Zweierreihe hin äh keine Viererblock rein natürlich ein bisschen schade aber was willst du machen ne Hi Nils kannst du Stadtteile in Hamburg empfehlen ach gibt gibt superviele Eimsbüttel Ottensen der Hamburger Westen ist auch schön komm doch an wo du hin willst was du suchst was so deine Vorlieben sind so ähm ich wollte guck mal der macht die Kohle da hier wollte ich ne Mine bauen ne Eisenmine damit wir immer vorankommen so und zwar lass mich mal gucken wo würde die Straße hochführen die kommt hier hoch dann gehen wir möglichst dicht da dran mal gucken ob das klappt dann machen wir hier eine Straße so rüber so so genau wep 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 so ey das ist doof so ey das ist doof so ähm und dann sehe ich nichts mehr wegen der Bäume ich schätze mal so ne guck mal guck mal da nehmen die richtig schon das ist ja fantastisch die nehmen den Weg das gefällt mir guckt euch das an hab ich extra angelegt nutzen sie das mag ich ne wenn sie das direkt auch benutzen war ja relativ teuer aber die Mine wird das hoffentlich wert sein hier ist immer noch nicht hier könnte ich auch nochmal einfach 1000 Deko Elemente reinsetzen ich könnte es einfach komplett ich könnte es einfach komplett hier so barren ich könnte es einfach hier einfach bam krass richtig richtig viel es ist einfach auch einfach nur zugemüllt einfach nur zugemüllt aber ist ja nicht so schlecht es ist einfach nicht schön aber ist auf der anderen Seite auch einfach hier ist ja einfach ein Lagerplatz und wichtiges Gebäude ich hab keine Ahnung jetzt ok jetzt Limit ist 340 da sieht man das und was haben wir hier es war eine 26 also es ist schon deutlich mehr und das Ding ist ja sehr zentral mitten hier an der Kreuzung zwischen Produktion und ähm Wohngegend deswegen ist das schon nicht so schlecht hier sind die ganzen Kisten gestapelt mhm das ist einfach nur zugemüllt wenn ich hier was zu sagen hätte in dem Lager würde ich aber durchdrehen was macht ihr hier warum ist das so hässlich 360 shit ja machen wir nochmal hier so ja machen wir nochmal hier so ja gut so ist das halt kannst nichts machen ne Hallo Turbo Turbo so was ist hier los oh geht lang woran steine ne steine was ist hier los die Mine boah das ist verstorben der Minearbeiter ich hab neulich ein Video gesehen von der Mine die so Arbeiter eingefahren sind die Decke war ungefähr so 50 cm hoch und die sind da liegend auf irgendeinem komischen Wagen quasi in so eine tief unter der Erde in so eine Gesteinsschicht eingefahren die wirklich einfach keine Ahnung da konntest du halt nicht mal knien oder so die war also die gefühlt war ihr Gesicht so ein Stück vor der Decke und sie war einfach nur so ein dünner Flötz und da sind die so lange haben es gefilmt und das war instant allein am Fernsehbildschirm schon klaustrophob geworden könnte ich nie im Leben machen so hier der Arzt die Ärztin die Neue oh was ist das denn achso der Schnee schmilzt oh das bedeutet der Frühling ist da der Frühling ist da bedeutet es ist Farmers Zeit so wir ballern jetzt hier richtig mir egal es ist jetzt einfach komplett die Zeit es wird jetzt hier bitte sofort und ich überleg ob ich noch ein paar neue Felder errichte sonst wird das ja nichts mit dem Bier und so und hier könnte ich auch ein paar neue Weed Felder bauen also Weizen ne das ist der Bescheid das muss auch weggehen gut und oh was ist hier ach der Taylor Taylor muss auch smart sein können wir ruhig zwei Taylor wir haben ja ziemlich viel Leder so und ist open so aus Leather ne was was nähen die denn überhaupt Production ach jetzt kann ich sogar die Production auswählen das ist neu glaub ich zumindest das ist ok jetzt kann ich aussuchen was gebaut werden soll heavy armor light armor fabric high quality wintery ja wie wärs dann mit allem einfach kann man das automatisieren ich finde alles gut alles hat die gleiche die macht einfach wie der Bedarf ist oder was ich hoffe mal ich guck mal was die machen ob die das von alleine entscheiden oder was da los ist wir werden sehen so jetzt der Schnee ist weg und jetzt können hier richtig jetzt können gesät werden oder das ist Frühling Schnee ist weg dann machen sie sie an ihr arbeit ich zähle auf sie ähm ja das ist der Bretter Hannes das brauchen wir grad nicht oh hier das ist nicht gut da muss sofort oh der ist super smart wir brauchen aber nur jemanden der schnell ist können wir auch hier im zweiten noch durch mit einstellen so der wäre ich die Asche mit äh spring is coming was war damals zwischen spring oder ist das hier gar nicht zwischen spring oh the merchant ship is arrived okay so wie kann ich jetzt die traden ist er jetzt da ist er jetzt gekommen das ist interessant jetzt können wir mal gucken ob ich hatte was ich iron tools hatte ich und hier eins von diesem kopf also okay hat er mir nicht verkauft aber wie geht es jetzt ist es und das ist sogar mein wappen also das schiff ist unter meinem wappen okay wie funktioniert das jetzt das ist ja es muss eigentlich mein schiff sein das geht ich muss erst mal eins bauen ich habe ja noch müsste hier erstmal wahrscheinlich eins bauen das ist wirklich ich habe keine ahnung und ja das ist das aber 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 ach so geht das ach so geht das ich muss da anklicken jetzt kann ich view offer ach so okay okay jetzt kann ich aber auch Sachen verkaufen, oder was? Oder ist es das, was das Schiff hat? Ja, das ist das, was das Schiff hat, oder? Ja. Also ich könnte jetzt für 60 Oerken mir so ein Ding kaufen. Einer kostet 60 Oerken wahrscheinlich. Boah, ist das krass. Also wenn ich jetzt mal so probehalber sage, genau, ich kaufe ein, kostet mich 60 Oerken. Boah. Vergiss es, das baue ich mir hier gerade selber. Da brauche ich denn irgendwas davon? Nö, ich habe alles. Aber kann ich auch was verticken? Nö. Okay, also ich will davon aber nichts kaufen gerade. Ist es sein Storage, oder muss sein Storage sein? Das wäre natürlich viel besser, wenn ich auch noch mein Storage angezeigt bekäme. Aber so will ich, aber jetzt weiß ich, wie das geht. As the snow melted Mother Earth threw off her cover and began to breathe, once again the birds were dancing in the air, nesting among the newly bloomed flowers of the trees. Undoubtedly the spring had come to our lands once more. Got it? Geil. So, der Frühling ist da. Ich möchte bitte, muss ich jetzt eigentlich, ich muss den nicht... Also das machen die automatisch, dass die die Felder... Oder wie, ne? Ich muss jetzt nicht jedem einzelnen Feld das zuweisen. Das wäre Quatsch mit so Russismus. Okay, warte mal, wir kriegen ja doch... Wir haben ja doch noch ein bisschen was hier. Obwohl die hier wirklich sich sehr viel Mühe geben. Ach, die brauchen auch noch Wasser. Könnte es sein, dass hier ganz dringend mal ein Brunnen hin muss? Eventuell. Das Lustige ist, dass ja Well im englischen Brunnen heißt. Und wenn ich sage, eventuell... Egal. Irgendwo ist er ein Gag zu holen. Wollte ich damit eigentlich nur sagen. Also ich glaube, wenn die das... Müssen die dann zum Brunnen rennen? Das wäre natürlich dann... Dann hat er jetzt einen eigenen Brunnen im Hinterhof. Das kann auch nicht jeder Braumeister von sich behaupten, glaube ich. So. Nee, nee, Maru. Die sagt... Das habe ich schon manuell gemacht gerade. Die habe ich hier... Das macht er nicht automatisch. Das habe ich manuell gesagt. Ich habe mich halt nur gerade interessiert, ob die dann auch sich auf die Felder aufteilen und nicht irgendwie dann zu zwölft. So wie jetzt hier gerade irgendwie alle Mann auf ein Feld gehen. Die werden sich auch ein bisschen aufteilen. Und ich habe immer noch kein Gefühl, wie groß so ein Feld sein muss, um genug Pflanzen dann für die Weiterverarbeitung auch herzustellen. Also die sind völlig leer hier. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Aber okay. Lassen wir uns das erstmal an, wie es diesmal ist, wenn wir das rechtzeitig managen. mit den ganzen Bauarbeitern hier. Mit den Feldarbeitern. Uglubatr. Macht mal euer Ding hier. Ich glaube, hier könnt ihr auch mal noch eine Straße hochsetzen. Da gehen die viel lang. Hier so. Die nutzen die richtig. Oder? Ich glaube schon. Wir können hier auch mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ein paar Torches bauen. Warte mal, genau hier haben wir Torches. Und und so. So. Das ist ja nicht überall. Hier sind ja auch welche. So. Oh, hier. Eigentlich muss ja hier vor dem Haupthaus auch was sein. Ne, das reicht. So. Guck mal, sieht direkt viel schöner aus. Aber nur da in der Wohngegend. Wieso? Ach, das sind gar keine Torches. Das sind Bäm. Ja, hier am Brunnddoch. Da ist eine. Okay. Ne, das ist schon in Ordnung. Passt schon. Hier können wir nur eine hin machen. Gut. Haben wir auch. Hier. Wir brauchen mehr Holz. Ich sehe das schon. Bitte holzen Sie hier alles ab. Bitte alles abholzen. Stein haben wir jetzt genug. Wegen diese Steinbruchs. Da ist auch das hier gut gefüllt. Das heißt, wir können nochmal hier auch neue. Stone Storages bauen. Achso, hier ist voll. Wie sieht das hier aus? Nein. Aber hier so auf dem Weg. Guck mal hier. Können wir da eigentlich nochmal so drei hinsetzen? Oder zwei. Stone Storages. So, dass die einfach voll werden. Und dann ist alles gut. Die werden dann einfach angeliefert. Dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Können wir den hier fast ab? Nein, egal. Der bleibt. Was ist jetzt mit dem Weg? Ich bin hier wie so rüber. Nein. Komm ich nicht durch, ne? Schade. Kurze Abkürzung. Dann können wir hier einfach unsere Steine alle stapeln. Direkt hier beim Stone Cutter. Und dann haben wir auch genug, um alle möglichen Bauvorhaben umzusetzen. So, das ist hoffentlich auch fertig hier um. Ne, natürlich nicht. Puh. Stones fehlen tatsächlich. Davon haben wir genug. Dann haben wir gleich Eisen. Und dann können wir einen Schmied bauen. Ich frage mich gerade, ob wir den Schmied dann auch direkt da oben bei der Mine bauen sollten. Ja, das ist auf jeden Fall auch Eisen. Das sieht ja anders aus als das. Okay. Also wir könnten überlegen, ob wir, wenn hier das rauskommt, dann wird es hier schon irgendwie auch Sinn ergeben, wenn wir den schönen Blacksmith hier direkt da auch ransetzen, oder? Der braucht doch, glaube ich, nur Eisen. Oder Ne, warte mal. Die Leute müssen ja abends nach Hause. Ne, 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 ne. Ne, das ist doof. Weil die müssen nach Hause und laufen ja wirklich hier hin, um zu pennen und müssen dann am nächsten Morgen zurück. Das heißt, der Weg ist sehr weit. Und dadurch, dass das Eisen ja eh, also entweder zwei Leute laufen, nämlich der Typ aus der Mine und der Typ, der dann die zur Schmiede muss oder nur der läuft. Da würde ich doch fast sagen, ey, lass mal nur den laufen. Dann machen wir den Schmied hier oben irgendwo hin. Das ist der Weg einfach kürzer. Hier so. Das ist schon besser. So, Schmiedi. Blacksmith. Hier irgendwo vielleicht. Das ist doch eigentlich schön hier direkt an der Kurve. Dann sieht er das zu Hause und weiß, okay, da ist er so auf halben Wege so ein bisschen. Oder? Finde ich irgendwie ganz passend. So, da kommt jetzt der Schmied hin. Auf halben Wege. Der Schmied zum halben Wege. Die Frage ist, ob wir hier noch irgendwas brauchen wir hier irgendein Lagerhaus. Nee, ne? Nee. Wollen wir nicht. So, man kann natürlich, ja, man kann hier auch ein Wohnhaus bauen. Klar, Amaru. Und dann muss man natürlich aber auch die Person, die dort in diesem Wohnhaus lebt, einteilen. Und dann hast du aber, du willst ja da jemanden arbeiten haben, der, ach, ist schon fertig. Oh, geil. Der auch die passenden Talents hat und ich, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, aber es ist halt auch relativ umgekehrt. Guck mal, da sieht man, wie weit das Haus entfernt ist. Und das ist ganz schön geil. Dieses Feature hier, warte mal, wir machen mal auf Pause. Weil, kann ich das auch sortieren da? Ich kann es auch original nach Entfernung sortieren. Das ist so geil. Okay, dann kann ich gucken, okay, wer wohnt am nächsten dran? Und dann schaue ich, okay, wer hat, äh, wer ist der Stärkste? Oder ich gucke, wer ist der Stärkste? Und wer ist da relativ dicht dran? 173 Meter, zum Beispiel der hier, ist nicht so weit. Wollen wir das nochmal machen? Ähm, alles unter 200 Meter ist, finde ich, noch akzeptabel. Das sage ich jetzt einfach mal. Deswegen hier, er hier. Bam. So, die beiden gehen in die Mine rein. Ist doch okay, oder? Alles finde ich super. Ähm, was noch krasser wäre, ist, wenn man irgendwie sagen könnte, wobei, ich meine, die leben halt auch nicht ewig, ne? Aber wenn man auch sagen könnte, okay, dass die auch umziehen, sozusagen. Ey, ich bin jetzt Schmied und so, können wir Wohnungen tauschen? Wäre das nicht was? Das finde ich auch ganz nett. Was ist mit den Fischern los? Ja, aber keine Fischer mehr. Die sind ja blöd, die sind auch gestorben. Äh, die brauchen Glück und die brauchen Grips. Ja, der hat 3,5, ist super. Und der wohnt, guck mal, der wohnt hier um die Ecke. Der ist ja perfekt. Diamonds Siebesen, 54 Meter weg. Obwohl, ja, okay, die sind alle näher dran. Und der ist ja perfekt, hier, guck mal, das ist ja Rekord. Das ist ein Rekord, das ist der beste Fischer, der je gelebt hat. Der bestmögliche Fischer. So, ich finde die Stadt, wir sind jetzt bei 158. 160 ist unser nächstes Objective. Vielleicht schaffen wir das noch. Und hier können wir, schau mal. Wir senden sie. Ne, da, warte. Ne, warte, warte, warte. Das haben wir ja schon. Ach, ist das vielleicht die Early Access hier vorbei? Kann das sein? Dann machen wir mal das. Möglicherweise komme ich hier nicht weiter. Weiß es nicht. Nur noch so kleine Sachen. Aber jetzt können wir auch Warriors bauen. Military Training Camp. Warriors, a train in this building. Warriors. Können wir theoretisch auch hier so in der Gegend. Very bumpy ground. Können wir hier die Warriors bauen. Hier. Schmiede und die Warriors. Kaserne muss ein bisschen außerhalb sein. Zack. Das war eigentlich ein ganz geiler Ort für so einen Warrior. Bam. Ja. Können wir jetzt auch bauen. Siehste? Aber ich wollte eigentlich, ähm, schauen, dass wir noch auf 160 Leute kommen. Bedeutet, ich würde dann nochmal hier so eine zweite Reihe bauen. Das heißt, wir müssen hier doch, komm, wir müssen mal ein bisschen was abhacken noch. So, hier das, sorry, hier muss jetzt neues, hier wird jetzt gebaut. Der Wald muss weichen. Menschen ketten sich an die Welt. und Bäume. Aber es ist zu spät. Der Wald muss weichen. Wir wollen ein Hund. Bei 160 haben wir das nächste Achievement. und das machen wir auf jeden Fall noch. Das machen wir auf jeden Fall noch. und dann bauen wir die. Dann bauen wir die wieder so, ne? Nee, ich, nee. Der zwingt mir das auf, das... wir machen das wieder so wie eben. So, vier Stück, fünf Stück. Und dann sind wir eigentlich schon kein Dorf mehr. Wir sind nicht in der Stadt. Hey. So. Zwei. Und das letzte. Und dann eine Straße. So. Und dann 58. Dann let's go. Woran fehlts? Nix, alles da. Hier können wir wieder ein bisschen Holz packen. Hier auch. Alles weg. Alles weg. Wie siehts hier aus mit der Ernte? Oh. Unser Hühnerdoktor ist gestorben. Der Arme Mann. Ich muss ein bisschen mehr tatsächlich, das ist clever hier, auf die Entfernung achten, wie weit die weg wohnen. Das habe ich in der Vergangenheit noch nicht gemacht. Aber hier wächst überall Wasser. Das ist ja einfach nur klasse. Und hier wird gebraut. Wieso fällt das Wasser? Da ist doch das Welle. Da kommt man doch hin. Das ist doch super hier im Hintergarten. Okay. Mal gucken, wie das am Ende wird. Jedenfalls ist da ein bisschen was in Produktion. Das gefällt mir. So. Baut sie Häuser. 158 Leute. 160 ist das nächste Ziel. Kann ja mal sagen, das Haus sie hat Priorität. Oh, wir müssen mehr Bilder einstellen. Jetzt habe ich aber auch sehr viele Leute hier im Wohnenboot. Die beiden hatten Connecten. Warum kommt ja noch nichts raus? Weil die einen weiten Weg zur Arbeit haben, glaube ich. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Können wir dann irgendwann auch nochmal was ist. Irgendwann. Das machen wir direkt schöne Lampen hinsetzen. Und dann können wir auch diese Fahnen setzen. Das macht die ja unfassbar happy. Ich weiß nicht, warum es hier so drei verschiedene irgendwie. Ach Mist, ich habe hier kein Dreiländereck irgendwie, aber ähm, warte mal. Ja. Die profitieren ja schon tatsächlich. Der. Nee. So. So. Und das gleiche können wir wahrscheinlich normal machen, ne? Ob die da mehrfach von profitieren oder nur einmal? Ich weiß es nicht, ne? Ich baue das einfach jetzt ganz oft. So. Na ja doch. Oh, guck mal hier. Das könnte sein, dass das so quasi auch einen Doppel-Effekt hat. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier, ne? Das sind die ältesten Häuser. Da wohnen, also die tun mir richtig leid. Hier, guck mal. Die wurde, sie ist ja auch schon verwitwet und alles. Die letzten Bretterbuten sind es hier. Aber es waren die ersten Einwohner. Auch in sehr exklusiver Lage. 158 Einwohner. Ey, Gers, kannst du mal jetzt können, können wir irgendwie Kinder kriegen? Aber es wäre echt nett. Newcomer will arrive in your village. Ja gut, dass wir bauen. Das ist super. So, das Ding. Ach man, no one lives in this home. 160. Objectives. Yay. Wir haben 160 geschafft. Das wollten wir. Wir haben hier Tree of Life. Aber wir kommen nicht mehr weiter. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie so das vorbei. Für den Moment. Wir können jetzt... Das finde ich zum Beispiel irgendwie ganz gut. Ach hier, okay, okay, okay. Warte, das ist gar nicht wahr. Entschuldigung, hier geht's weiter. Ha ha ha. Good houses, good houses, good houses. Ach, guck mal von wegen, ey. Da kann man in die Schiffe bauen. Was ist das? Making of a Knarr. Wilde Knarr. Explore the sea and trade. Ah, da geht's weiter. Okay, über diese kleinen Dinger. Ich dachte, das muss immer die... Okay. Von wegen, early access. Okay. Das ist super. Oh, okay, das ist auch nicht schlecht. So, und ich würde dann sagen, an dieser Stelle... Naja, genug Bier haben wir noch nicht, glaube ich. Warum? 121 Bier. Wir besitzen nicht 121 Bier. Wir besitzen leider viel zu wenig Bier. Wir besitzen ledig... Oh, 94 Bier. Das ist nicht so wenig. An der Stelle machen wir noch eine Pause für heute. Und ich ziehe mal ein kleines Fazit. Ich finde das ein richtig cooles Spiel. Mir macht das richtig Spaß. Land of the Vikings heißt es. Gibt es auf Steam. Ich habe es einfach mal so runtergeladen. Einfach mal ausprobiert. Und ich muss sagen, das war ein Volltreffer. Hat Spaß gemacht. Wirklich. Drunken Kent... Übrigens, vorhin habe ich gar nicht mehr gesehen. Donleon hast du ein Abo geschenkt. Dafür nochmal herzlichen Dank. Wir sehen uns... Ähm... Am wahrscheinlich Samstag oder Sonntag zu Rust. Und ich wollte es eigentlich morgen streamen. Aber mir ist morgen was dazwischen gekommen. Was ich leider... Was mich daran hindert, dass ich morgen Rust-Alot machen kann. Was ich sehr schade finde. Weil ich mich schon darauf gefreut hatte. Aber ich hoffe, dass ich... Vielleicht schaffe ich es sogar beide Tage am Wochenende. Ich weiß noch nicht. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Denn wir sind hier noch im VOD. Vielleicht hat irgendwer auf YouTube sich das zu Ende angeguckt. Ey, wenn ihr das auf YouTube zu Ende angeguckt habt, diese vier Stunden. Schreibt mal H. Ich habe es zu Ende geguckt. Einfach nur, damit ich das weiß. Ähm... Also, dieses Aufbau-Strategie-Spiel macht mir echt Bock. Äh... Es ist irgendwie total entspannt. Es stresst mich null. Man kann so richtig schön auch bauen. Man hat die Möglichkeit durch die... Äh... Straßen... Das alles so einzuteilen. Dass es irgendwie alles cool aussieht. Wie man das möchte. Symmetrisch und so. Ähm... Ich habe es mehrfach schon gesagt. Es gibt viele dieser Strategie-Spiele dieser Art. Wo man permanent gestresst ist. Weil irgendwas fehlt und so. Und das ist auch okay. Weil das die Herausforderung natürlich nach oben setzt. In dem Fall ist es natürlich noch relativ einfach. Vielleicht wird es schwieriger werden. Oder vermutlich kann ich auch innerhalb des Spiels. Einfach eine schwierigere Karte oder schwierigere Bedingungen wählen. Das ist auch gut möglich. Aber so wie ich das gerade zocke. Total entspannt. Ich kann alles in Ruhe machen. Es fehlt mir an nichts. Und man kann so richtig runterkommen. Ähm... Es sieht süß aus. Irgendwie. Es gibt diese ganzen einzelnen Bewohner. Mit Namen. Mit Familien. Ähm... Es wird immer noch komplexer. Wie man an diesem Tree of Life sieht. Dass man sich peu a peu die Gebäude freischaltet. Immer mehr Ressourcen bekommt. Das Ganze auch so ein bisschen anon-mäßig. Dann mit Produktionsketten. Nicht so komplex. Weil man meistens weniger. Gebäude braucht. Und jetzt nicht irgendwie. Äh... Ein Feld bauen. Dann ähm... Eine Mühle bauen. Dann irgendwie einen Bäcker bauen. Und dann noch irgendwas bauen. Und so. Sondern es ist relativ reduziert. Hier diese Fleischproduktion zum Beispiel. Kommt ohne Metzger und so weiter aus. Da reicht ein Gebäude. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Ähm... Ja. Also mir macht das wirklich Spaß. Tatsächlich. Und äh... Von mir ist das eine absolute Empfehlung. Ich kann mir vorstellen, dass ich das normal spiele. Einfach mal so ähm... Zwischendurch. Wenn die Zeit da ist. Ich werde es jetzt gleich speichern. Dass uns das nicht abhanden kommt. Das war es von Land of the Vikings. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen.